Es macht einfach Spaß, so zu hören, wenn man mal so ein 9-Liter-Auto, V8 hört oder so ein hochdrehenden 3-Liter-Formel-1-Motor, der in so einem Lola drin ist. Das ist bombastisch. Also da kriege ich jedes Mal. Das ist wahnsinnig toll und da macht es einfach Spaß, solche Serien zu betreiben und zu organisieren, weil es einfach toll ist. Das ist Motorsport, den ich liebe und wo ich aufgehe. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahend und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Na, seid ihr schon in Vorweihnachtsstimmung? Wie trist kann ein Jahr bitte ausgehen. Aber einmal in der Woche gibt es ja noch die alte Schule und täglich bei mir auf YouTube ein buntes Video. So und falls ihr jetzt gerade dabei seid, das kommende Jahr zu planen und noch zahlreiche ungefüllte Wochenenden im Kalender stehen, dann freut euch auf meinen heutigen Gast. Denn unter anderem haben wir es ihm zu verdanken, dass die ganzen schönen alten Rennwagen nicht in dunklen Garagen verrotten, sondern hin und wieder auch mal an die frische Luft dürfen und am Limit bewegt werden. Er ist der Mann hinter der FHR, der Fahrergemeinschaft historischer Rennsport und darum soll es hier heute gehen. Und falls ihr auch schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habt, in den historischen Motorsport einzusteigen, dann hört heute mal genau hin. Viel Spaß jetzt mit meinem Gast Michael Thier. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Zum historischen Motorsport und zum Organisieren von Rennsägen? Beides eigentlich. Also was ist dein Hintergrund? Bist du schon mit Benzin im Blut aufgewachsen? Ja, also es fing mit meinem Vater an, der motorverrückt war, autoverrückt war, im Verkehrsministerium als Jurist gearbeitet hat, mit mir zusammen schon, und das darf man heute gar nicht laut sagen, mit mir zusammen Mopeds frisiert hat und auch beim Autofrisieren immer dabei waren. Also da habe ich schon in der Garage gebastelt und getunt und natürlich hat man mit 17 den Führerschein gehabt. Und mein Vater, dadurch, dass er im Verkehrsministerium war, hat er mir auch erlaubt oder eine Genehmigung besorgt, dass ich schon mit 14 Mopeds fahren konnte. Und ich weiß noch, ich musste ihm versprechen, dass wenn ich Autoführerschein habe, hat er mir ein nagelneues Auto geschenkt und ich musste ihm versprechen, dass ich kein Motorrad fahre oder mir kein Motorrad kaufe. Er war Jurist, er hat sich genauso ausgedrückt, kein Motorrad kaufen. Gefahren bin ich, aber ich durfte kein Auto kaufen. Und er hat mir ein nagelneues Auto vor die Tür gestellt und so die erste Geschichte, an die ich mich erinnern kann, er hatte im Justizministerium die Tiefgarage gesperrt. Ich hatte noch keinen Führerschein, er wollte aber, dass ich übe. Also sind wir in die Tiefgarage gefahren und natürlich in der Tiefgarage sind viele Säulen und Betonpfeiler. Naja, musste dann auch so passieren, dass ich mal gegen den Betonpfeiler gefahren bin und da war er total cool. Also das fand ich echt gut. Das habe ich mir echt gemerkt, auch für meine Söhne. Mit welchem Teil bist du dagegen gefahren? Bist du jetzt gegen gedriftet? Ja, ich weiß nicht, ob ich gedriftet bin. Ich bin schnell gefahren. Ich sollte auch schnell fahren. Aber dann hat er Hand genommen, hat den Kohlflügel ausgezogen und hat gesagt, fahr weiter. Und ich weiß nicht, wenn ich den Führerschein hatte, da sind wir durch die Eifel gefahren. Und der erste Tag, wo ich den Führerschein hatte, hat er sich auf den Beifahrersitz gesetzt und hat gesagt, wir fahren jetzt zusammen. Und ich musste mit Zwischengas fahren, obwohl das damals schon gar nicht mehr müde ich war. Das war ja schon synchronisierte Getriebe in den 70er Jahren. Ich musste mit Zwischengas fahren. Aber richtiges Zwischengas. Also richtig mit Doppelkuppeln und Gas geben. Und dann sind wir durch die Eifel gefahren und dann hat er mich da durch die Eifel getrieben wie ein Blödener. Da habe ich immer Gas gegeben. Also war echt gut. Also richtig cool. Das habe ich mit meinem Sohn auch so gemacht. Also wenn dein Vater die Tiefgarage im Verkehrsministerium sperren konnte, war der Verkehrsminister selber oder nur eine kleine Stufe drunter? Aber er war direkt drunter, der Minister. Ja, krass. Also hast du mit ihm damals schon Tempolimit diskutieren müssen? Nein. Das einzige Versprechen, was ich abgeben musste, war kein Alkohol am Steuer. Ja, okay. Und das habe ich bis heute beibehalten. Dieses Versprechen habe ich abgegeben und musste das, und ich habe es wirklich eingehalten. Definitiv. Also da hat er gesagt, da kenne ich jetzt keinen Spaß. Wenn du das machst und damit erwischt wirst, dann ist sowas von Feierabend. Und das habe ich nie gemacht. Ja, coole Einstellung, oder? Dass man so ein bisschen frisieren kann mit seinem Vater. Ja, und ich habe viele Umfälle gebaut damals und er hat das immer wirklich ganz locker hingenommen. Mit was für Autos ging es los bei dir? Ente. Ente? 32 die Hane. 32 PS, nicht 28, 32 PS die Hane. Großer Unterschied. Das war ein tolles Auto, richtig tolles Auto. Also wenn man das heute noch sowas haben könnte, wäre toll. Es war leicht. Es war gar nicht so unsportlich mit 32 PS. Es war bequem. Und ich bin mit dem Auto bis nach Griechenland gefahren. Also Griechenland hin und Griechenland zurück. Also es hat immer da funktioniert. Gabriela. Ja, genau. Gabriela. Also es war alles toll. War ein tolles Auto und hat auch Spaß gemacht. Und natürlich kamen danach noch andere Autos bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich ein paar Unfälle zu viel gebaut habe. Und mein Vater sagte, du, irgendwas müssen wir jetzt machen. Irgendwas müssen wir regeln, dass du nicht mehr mit so schnellen Autos fährst. Ich habe da unten in der Werkstatt, in meiner Hauswerkstatt, habe ich einen Mercedes 200 D-8 gesehen. Guck dir den mal an, ob das was für dich ist. Und dann bin ich runter in die Werkstatt, mir das Auto angeguckt, habe mir die technischen Daten geguckt. Ein 50 PS Diesel, schweres Auto. Hui. Aber ein bequemes Auto. War ja nicht schlecht. Scheiter. Da habe ich gesagt, ja, das ist genau die richtige Idee. Genau das Auto möchte ich haben. 50 PS. Ich kann nichts mehr verkehrt machen. Bei 130 ist es Ende. Aber es ist ein tolles Auto. Damit kann man bequem fahren. Machen wir. Und dann hat er das Auto gekauft. Dann bin ich damit wirklich vier Jahre lang gefahren. Und danach habe ich auch keinen Unfall mehr gehabt. Das war alles gut. Danach war ich erwachsen. Hätte ich fahren. Das war okay. Wir müssen mit einem kleinen Motor anfangen. Was hast du da vorher gecrasht? Also die Ente, dann würden wir hier nicht mehr sitzen, oder? Ja, mit der Ente habe ich wirklich nichts gehabt. Also da hatte ich keinen Unfall, Gott sei Dank. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Danach kam noch ein Fiat 127, ein Rhythmo. Und damals der Fiat 127, glaube ich, sogar als 70 HP oder irgend sowas. Okay, alles klar. 4.832 hatte ich noch. Also waren ein paar schnellere Autos dabei, aber jetzt auch nicht. Also gut, für damalige Verhältnisse war ja, Golf GTI war ja damals das Nonplusultra. Und wir hatten auch noch ein Citroën DS und sowas. Ja, ganz cool. Hätte ich alles mögliche gefahren. Ach ja. Und der Vater meiner ersten Freundin war Sattler, also Autosattler. Und der hatte immer Autos auf dem Hof. Also jede Menge von Kunden. Er hatte selber, war auch autoverrückt, hatte jede Menge Autos. Commodore 2,8 GSE, ich sag mal, habe ich. Wow, geil, oder? Und ein Chevrolet-Ala. Also da war ein Mercedes 230 dabei mit Sechszylinder. Also alles möglich. Und ich konnte da alles fahren, was ich wollte. Alles. Und ich musste immer ausliefern und ich musste immer ganz schnell ausliefern. Und er selber hatte oft keinen Flugerschein. Und dann saß da auch auf dem Beifahrersitz und dann immer, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und das war richtig gut. Also damals sind wir noch, musste ich bei der Bundeswehr so für Panzer, haben wir so Sattel bezogen. Und mussten die ausliefern und die mussten immer ganz schnell ausgeliefert werden. Und dann gab es dann am Rhein entlang die B9, die ging bis Koblenz. Und dann auf der B9 Richtung Koblenz mit 180 in Mercedes ausgeliefert. Damals gab es nicht so viele Kontrollen und das war schon... Das war, also es muss wieder die Polizei gewinnen. Ich wünsche mir, unsere Jugend, unsere Kinder hätten sowas auch mal irgendwie in irgendeiner Form. Aber geht heute nicht mehr. Wir haben heute mehr Bevölkerung, mehr Verkehrsdichte. Man muss heute da wirklich aufpassen. Und wenn ich dann noch sehe, dass die vorher schon auf Probe machen, das ist schon ein anderes Thema. In der heißen Zeit hat sie da. In der kurzen Zeit früher, nicht? Aber deswegen bin ich froh, dass wir Rennstrecken haben. Und das ist, glaube ich, auch die Daseinsberechtigung. Irgendwo muss man ja auch mal fahren lernen, auch mal driften können und sich auch mal messen. Und als junger Mensch muss man ja auch mal raus mit der Energie. Das heißt nicht, dass man auf der Rennstrecke jetzt Unfälle bauen soll oder wie eine Saufzeit. Aber dass man einfach lernt, kontrolliert zu fahren und ein Fahrzeug wirklich an der Grenze zu bewegen. Das haben wir früher auf der Landstraße gekonnt. Das geht heute definitiv nicht mehr. Und dafür ist die Rennstrecke einfach prädestiniert, dass wir auf der Rennstrecke lernen, das Fahrzeug zu bewegen und zu beherrschen. Und das Schöne daran ist, und das merke ich an mir selber, seit ich Rennen fahre, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, auf der Landstraße oder in der Stadt irgendwie Vollgas zu geben. Das brauche ich gar nicht mehr. Ich stelle heute Tempomat auf der Autobahn, ich sage mal 160 oder 180 ein und dann ist gut. Okay, ja. Den Reis brauche ich nicht mehr. Ich bin mal 300 gefahren, ich bin mal alles mal gefahren. Aber es ist gut. Und das einzig Schade ist nur, dass die jungen Menschen heute so schnell so stark bestraft werden im Straßenverkehr. Obwohl sie vielleicht vernünftig fahren, natürlich Rennen in der Stadt und so weiter. Gut, das haben wir früher gemacht. Aber das war natürlich damals schon Blödsinn. Und ist heute noch mehr Blödsinn, keine Frage. Ja, keine Frage. Stärker sanktioniert einfach. Aber diese ganze Disziplinierung, die wir heute haben, ist natürlich traurig für die Jugend. Aber wir haben es dürfen. Gab es bei dir Rennambitionen in der Frühstück der Jugend oder hat das dein Vater gefördert? Nein, also damals waren wir einmal bei der Formel 1. Das muss aber relativ früh gewesen sein. Ich bin 59 geboren und ich würde mal sagen, das war Mitte, Ende 60. Da waren wir am Nürburgring bei der Formel 1. Und da habe ich noch Bilder im Kopf. Und dann war ich, also das ist ja das Verrückte, wir wohnen in der Nähe vom Nürburgring. Und ich war eigentlich so gut wie nie am Nürburgring. Also rüber ging es dann nicht. Das habe ich ja später erfahren, dass es den Nürburgring gibt. Und dass man da hinfahren kann. Aber ich war dann, wie gesagt, mit meinem Vater einmal bei Formel 1. Das war schon ein Highlight. Und später war ich bei der DTM einmal. Und da weiß ich noch, also Erinnerungen wie heute, DTM, Nürburgring, Chicoto und Klaus Ludwig. Das war eine Show. Das war Wahnsinn. Ich weiß aber nicht mal, welches Jahr das war. Ich weiß nur, dass Klaus Ludwig Mercedes gefahren ist und der Chicoto BMW M3. Das muss also noch Ende 80 gewesen sein. Rainer Braun wüsste es jetzt. Da könnt ihr auch die Frage stellen. Und er hat das Klaus Ludwig wahrscheinlich. Ich kann mich daran erinnern, dass Ludwig unglaublichen Vorsprung hatte. Und Chicoto durch irgendeine Boxenstopfstrategie oder durch einen Schaden ziemlich weit hinten nochmal durchstarten musste. Und wahnsinnig aufgeholt hatte. Und ich glaube nachher sogar Gesamtbritter wurde. Also war ein tolles Rennen. Also es hat mich damals total bewegt. Aber wie gesagt, es war, obwohl man in Bonn wohnt und der Nürburgring nicht weit weg war, war das für uns gar nicht so das große Thema, nach zum Nürburgring zu fahren. Aber das Rennen, da hast du schon den Entschluss gefasst, irgendwann die Turnwahn Classics zu kaufen. Irgendwann, wenn das historisch wird, gehört wir die Rennserie. Aber natürlich, als es die Turnwahn Classic, als die ins Leben gerufen wurde, hat man sich natürlich daran erinnert. Also keine Frage. Das ist damals das Erlebnis, das Highlight schlechthin. Und natürlich habe ich die jetzt auch die ganzen Jahre über verfolgt. Und ich habe ja auch vor inzwischen über fünf Jahren die FHR, also die Rennserien der FHR übernommen. Und natürlich guckt man dann auch rechts und links, was machen andere Rennserien. Und das war damals schon ein großes Medienspektakel, die Turnwahn Classics. Und ein tolles Konzept, also mit Profis und den jetzigen Besitzern und den Profis von damals, die auf ein Auto zu setzen und zusammen fahren zu lassen. Also besser geht gar nicht. Tolle Serie, emotionale Autos. Absolute emotionale Serie, emotionale Autos, emotionale Rennen auch heute noch. Ich meine, auch heute treffen Profis aufeinander, die sich auch damals getroffen haben und verstanden oder auch nicht verstanden haben. Also da gibt es ja nochmal die verschiedenste Couleur. Aber für die Zuschauer, man merkt es ja auch an den ganzen Zuschauerzahlen und am Interesse der Rennserie, dass diese Rennserie zur rechten Zeit gekommen ist und die DTM in der Form, wie sie damals stattgefunden hat, nicht mit wirklichen Touren, waren Autos, die ich am Montag kaufen konnte, dass das die Leute interessiert und bewegt. Und wenn man sich heute die moderne DTM anguckt, die sicherlich auch ihre Darseitsberechtigung hat, aber ich kann nicht an die Fahrer rankommen. Ich muss durch eine Glasscheibe gucken, um mir die Boxen anzuschauen und auch nur einzelne Autos. Also ich kann nicht alle Autos sehen. Ich habe ja gar keine Identifizierung als Zuschauer mehr zum Fahrer. Sondern wenn wir jetzt mit der Touranbarn Classics im Fahrerlager stehen, dann sind wir ja offen für alle. Wir haben ein offenes Fahrerlager. Die Zuschauer können zu den alten Profifahrern, die kommen zu den neuen Fahrern. Was die an Selfies machen müssen jetzt. Das hätten sie sich damals auch nicht gedacht. 30 Jahre später sind wir richtig dran. Autogrammstunde, wo die Leute als Schlange stehen und sich die Autogramme nochmal einholen. Und die Leute auch nochmal sehen. Ich meine, das ist ja eine Zeitreise von 30 Jahren. Ich habe den Fahrer vielleicht damals gesehen und ich sehe den Fahrer heute. Und das sind ja auch nochmal, viele haben sich ja kaum verändert, aber es sind ja auch nochmal Welten dazwischen. Und das ist einfach schön. Ich glaube, für das Publikum ist es einfach super interessant. Wir haben ja auch Rainer Braun als Streckensprecher mit dabei, der das genauso dokumentiert und bespricht wie damals mit seiner Stimme, die ja nochmal einzigartig ist auf der Welt. Den jeder sofort wieder erkennt. Also da hat man nochmal die DTM in die heutige Zeit geholt. Und wenn man sich die Rennen anguckt, sie sind auch fast so spektakulär. Also nicht ganz so spektakulär, aber fast so spektakulär wie damals. Auf jeden Fall ein sehr interessanter, hochemotionaler, historischer Motorsport oder klassischer Motorsport, der heute eigentlich aktueller ist denn je. Weil das ist das, was die Menschen wollen. Die wollen am Wochenende an der Rennstrecke sein. Sie wollen sich die Autos angucken. Sie wollen die Technik sehen. Also die Leute, die historischem Motorsport begeistert sind, die Zuschauer, die wollen ihren Kindern auch die Technik zeigen. Die wollen auch mal einen Achtzylinder zeigen. Die wollen auch mal einen Vergaser zeigen, einen Ansorgtrichter zeigen, einen Cockpit zeigen oder auch mal ihre Söhne oder Töchter in den Cockpit setzen. Das ist einfach Technik zum Anfassen und auch Technik, die man auch begreift. Das ist das Thema, in dem man begreift die Technik. Und es findet eben nicht nur in irgendeiner schwarzen Kiste statt, wo Computertechnik alles regelt und reguliert und so, sondern wo man einen Vergaser eindrehen konnte, wo man was hört, wo man was spürt und so. Das macht den historischen Motorsport aus. Du erst mal beruflich, warst du mal im Verlagsgeschäft tätig und hast dich da schon im historischen Motorsport gekonnt. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Ich habe SAP-Beratung gemacht, 25 Jahre. Und habe dann durch den Verkauf der Firma, habe ich Zeit gehabt. Mal ein paar Wochen Luft gehabt. Mal ein paar Wochen Luft gehabt. Und da ich schon sehr früh angefangen habe, Bergrennen zu fahren, schon vor 25, 28 Jahren habe ich mit Bergrennen gefahren. Mit was für einem Wagen hast du angefangen? Ein Volvo Amazon, P122. Ein ganz tolles Auto. Meine Frau hat es geliebt. Ich habe es dann irgendwann mal verkauft. Das war sehr traurig, aber es musste mal sein. Mit dem Volvo, den hatte ich mal damals aufgebaut als Oldtimer. Ich habe Oldtimer immer geliebt. Und bin dann mit auch zur Firma gefahren, wo ich beraten habe. Das war in Wuppertal. Und da hat mich ein Arbeitskollege angesprochen und sagte, du hast da so ein, sieht da schon schnell aus. Sie ist ja ein Oldtimer und macht schon großes Brumbrum. Also es war ein Volvo mit 200 PS. Der war Standard mit, hatte da glaube ich 100 oder 120 PS. Also war schon ein toller Motor drin. Und da hat er mich angesprochen und sagte, du, wir fahren Bergrennen historisch. Wir organisieren das privat. Hast du nicht mal Lust mitzufahren? Ich sagte, Bergrennen hört sich gut an. Berg rauf. Und ich sagte, ist alles gut. Wir sind da nur unter uns. Das ist eine ganz, ganz nette Geschichte. Ich sagte, das würde mich interessieren. Das würde ich sehr gerne machen. Schnell gefahren bin ich schon immer gerne. So, dann zwei Wochen später hast du einen Helm. Nee, ich sage, oh, sorry. Du hast gesagt, das ist total ungefährlich. Nee, besorgt meinen Helm. Das ist sicher. Also ich weiß nicht, was die dann da bei der Rennstrecke sagen. Mach mal einen Helm. Okay. Also Helm besorgt. Sandler damals angerufen. Helm bestellt. Alles gut. Nochmal zwei Wochen später hast du einen Rennanzug. Ich sagte, ich habe einen Rennanzug. Jürgen Schierer, mein Kollege, der hat mich da zum Rennsport, also zum Bergrennen gebracht. Damals. Und ja, dann habe ich passant langgerufen. Die sagt, das Größte, was ihr habt. Also egal was, aber das muss das Größte sein, was ihr auf Lage habt. Das sind ja, weil ich bin nochmal zwei Meter lang. Und da kam dann ein Rennanzug Größe 64, so im Bauch. Und in der Länge passt es auch einigermaßen. Naja, da sind wir so zum ersten Bergrennen in die Eifel gefahren. Das hieß damals Bengel. Und das gibt es heute leider nicht mehr. War eine kleine Veranstaltung. Und damals war das noch mit einer Vorstrecke, wo man die Reifen warm fuhren soll. Und ich ist immer zum Jürgen. Ich sage, Jürgen, bin ich hier richtig? Ist das hier alles richtig? Also ich fühle mich unwohl. Ich dachte, du sagst noch, zum Schluss hatte der Amazon noch einen Käfig, einen Renntag und einen Rennsitz. Nein, nein, das müssen wir, also Gurt war Pflicht, aber alles andere brauchten wir damals nicht. Und da sagt er, du, alles gut, fahr erst mal und dann wirst du sehen, macht Spaß. Naja, das Ergebnis war, es war eine GLP, die wir gefahren sind. Also eine historische Berg-GLP, aber natürlich jeder Vollgas hoch, weil wer schnell fährt, ist auch gleichmäßig. Und ich bin zufällig Dritter geworden und war so angefixt davon, dass ich danach jedes Bergrenn gefahren bin, was es in Deutschland gab. Das hat so viel Spaß gemacht. Viele, viele Jahre sind wir gefahren. Und ich habe mich nie für die Rundstrecke interessiert. Also ich habe da auch nie hingeschaut. Also Bergrenn war meine Welt. Nie Nordschleife oder sowas gefahren bin? Nein, Bergrenn war meine Welt. Das war für mich, also viele finden das langweilig, aber es ist nicht langweilig, weil du musst auf den Punkt, und in den zwei Minuten, wo du den Berg hochfährst, wir haben ja verschiedene lange Rennstrecken, also zwischen, ich sage mal, zwischen drei und sechs Kilometern. Es gibt auch Trento-Bendone, das ist, glaube ich, 16 Kilometer oder 17 Kilometer. Oder Pikes Peak. Es ist eine ganz andere, oder Pikes Peak. Da sieht man aber mal, wie anstrengend Bergrennen sein kann. Mega anstrengend, ne? Ja. Weil man muss wirklich an der Grenze fahren und man muss auf dem Punkt halt eben seine Leistung. Eigentlich für Rally, ne? Rally-Sonderprüfen. Genau, Rally-Sonderprüfen, genau. Und natürlich preisgünstiger, weil du nicht kein Serviceteam brauchst, was du über ein halbes Bundesland verteilt hast. Doch, die richtig, also wirklich Deutsche Meisterschaft im Berg fahren, die brauchen auch ihr Serviceteam. Aber mal richtiges, ja. Herbert Stenger mit seinem Capri, Gruppe 6, der braucht das Serviceteam definitiv. Und die sind auch da hochgeknallt. Also das war eine andere Welt. Damals sind noch Formel 3000 gefahren. Unglaublich, ne? Formel 3000, wo man sich verständlich am Berg ist. Das passieren darf nichts, ne? Nein, wenn was passiert, dann hat man meistens Totalschaden. Aber das, was ich damals mitgekriegt habe, oder das, was damals wirklich so war, das war nicht, dass so viele Unfälle bergauf waren, sondern bergab. Also bei der Rückführung. Echt? Wenn da einer nicht aufgepasst hat, also man guckt sich die Landschaft, guckt zum Zuschauen, macht mal die Gewinke, macht mal da. Und auf einmal bremst einer vor einem und man kriegt es nicht mit, dann ist man hinten drauf gefahren. Da ist mehr passiert als Lager auf. Das ist so. Aber die Fahrerlagerstimmung, alles war, das war damals eine ganz, ganz tolle Zeit. Hat sich heute auch ein bisschen gewandelt, aber es war immer auf dem Dorf, es war immer ein Dorffestcharakter. Die Leute kannten sich alle miteinander, es war familiär. Die Frauen haben Kuchen gebacken und haben das da verkauft. Einen Rennsport, wie man es will. Ja, und abends gab es Ramba-Zamba-Musik und Tanz und Schwuf. Also es war einfach toll. Und wie gesagt, so bin ich überhaupt zum Rennsport gekommen. Und viel später wollte ich unbedingt Porsche fahren. Ich wollte unbedingt einen Porsche haben. 911er, F-Modell, musste sein. Ich wusste aber nicht, ob ich reinpasse und ich habe dann in Leverkusen einen Händler gefunden, wo ich dann auch mal Probesitzen konnte und ich passte rein. Das lag aber nur daran, dass der Sitz so durchgenudelt war, dass ich definitiv auf dem Boden saß. Aber den habe ich mir dann fertig gemacht und bin damit auch Bergrennen gefahren. Hab dann später Krämer Racing kennengelernt. Ja, okay. Damals war Manfred Krämer aber in Spanien und der Erwin Krämer war schon gestorben. Genau, Erwin Krämer war schon gestorben. Und der Uwe Sauer, sein damaliger Geschäftsmechaniker, der war Geschäftsführer. Und den habe ich kennengelernt. Wir haben uns super gut verstanden, sehr gut verstanden. Damals ging es der Firma nicht ganz so gut. War in Köln, war hier in der Nähe. Und da gab es einen Walter und dieser Walter hat alle Motoren bei Krämer Racing gemacht, über 40 Jahre. Und Walter ist, wenn man Walter kennt, es ist ein mega, mega Mechaniker und ein super netter Typ. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und ich habe gesagt, wenn ich nochmal einen Porsche mache, dann macht der Walter den Motor und dann baut Krämer das Auto auf. Und das habe ich gemacht. Habe mit viel Tränen meinen ersten Porsche verkauft und habe dann bei Krämer einen Krämer ST aufbauen lassen. Hoppla, aber das ist schon, da meinst du es dann schon ernst, ne? Ja, das war gut. Also es war auch alles prima. Also das Auto, das muss ich wirklich sagen, natürlich kommt Krämer von der Rundenstrecke und natürlich haben wir den ersten Testlauf in Spar gemacht. Okay, gleich mal eine anspruchsvolle Strecke. Und ich war das ja nicht gewohnt und ich war auch ganz, bin ganz naiv rangegangen. Auf jeden Fall Probelauf gemacht. Das Auto lief von Anfang an total gut und der Motor lief und alles war perfekt. Walter war ein bisschen nervös, weil ich sollte erst mal warm fahren und einfahren und aber da sitzt du im Auto und letztendlich bin ich drei Stunden eingefahren und danach habe ich keine Ohne gegeben und das war richtig. Das hat Spaß gemacht auf der Rundstrecke und da habe ich gemerkt, dass die Rundstrecke gar nicht mehr so schlecht ist. Also immer noch nicht Bergrennen, aber es war auch okay. War schön. Und so bin ich dann, ich habe dann später mit dem Ebert Baunach kennengelernt, der heute Krämer übernommen hat und dann waren wir in Zolder, sind zusammen in Zolder gefahren, aber sowieso mehr Trackday. Na ja, auf jeden Fall war ich so ein bisschen in der Rundstrecke drin und habe dann einfach den Unterschied erfahren zwischen Rundstrecke und Bergrennen und dass Rundstrecke auch sehr nett ist. Dann hatte ich in der Tat einen Verlag gegründet und hatte zufällig ein sehr großes Bildarchiv gekauft. Wahrscheinlich weltweit das größte Nordschleifenarchiv. Tatsächlich? Ja, habe ich unten im Keller, sind weit über 200.000 Bilder. Ich habe mal einen kleinen, klitzekleinen Teil eingescannt. Ich glaube, 60.000 Bilder habe ich letztendlich gescannt, aber den Rest noch nicht. Josef Weiz hieß der Fotograf. Kein berühmter Fotograf, kein wirklich guter Fotograf, aber das, was die Bilder ausmacht, ist, dass er nicht nur die Top-Teams fotografiert hat, weil er hat damals die Fotos verkauft und die Top-Teams hatten dann die Profifotografen angesprochen und letztendlich hat er die mittleren und die hinteren Reihen fotografiert oder hatte spezielle Dienst auch mit Krämer damals. Er war der Haus- und Hoffotograf von Krämer, hat dann halt eben viel Boxengasse fotografiert. Ich glaube, er war auch ein bisschen fußfaul, aber die Fotografen konnten damals mit dem Auto tatsächlich an der Rettwaffe entlangfahren und sich die Plätze aussuchen. War noch ein bisschen anders als heute und das Archiv habe ich zufällig kaufen können und was machst du mit so einem Archiv? Stehst davor und sagst, irgendwann brauchen wir das mal in Bayern und dann habe ich angefangen Bildbände zu produzieren. Also ich habe die Bilder selber bearbeitet, Photoshop mir angeeignet, die Bilder bearbeitet. der erste Bildband war eine Trilogie von drei Bänden über Porsche. Erst war angefangen der erste Band mit alten Porsche 60er, 70er Jahre und dann im Prinzip aufbauend und dann haben wir die ersten 1000 Bücher als Bildband rausgebracht und ich glaube, wir waren einer der ersten Verlagshäuser Verlagshäuser blieb groß. Aber das heißt so, Verlagsagentur habe ich auch immer, die ein Bildband rausgebracht haben im historischen Motorsport, wo das Buch auch 98 Euro gekostet hat. Das war damals ein Brett. Da haben wir 1000 Stück gemacht, haben die nummeriert und haben die auch limitiert auf 1000 Stück und nummeriert. Also das war eine schöne Sache und Zufall war auch, dass am Ultramarkon Prix Nebel war in dem Jahr. Ein Riesennebel und der ganze Sonntag fiel aus. Und dann hatten die Leute Zeit und die kamen durchs Fahrradlager und wir hatten einen Verkaufsstand und wir waren ratzfatz ausverkauft. Also das war toll. Also die haben uns die Bücher aus den Händen gerissen. War schön. Band 2 und 3 liefen auch gut, aber dann nicht mehr so gut. Das hat dann nicht mal zwei Wochen gedauert, aber ein Jahr gedauert, bis die Bücher verkauft. Aber dann hatten wir im Prinzip unsere erste Basis und darauf aufbauend haben wir dann andere Bücher rausgebracht. So haben wir auch, oder habe ich dann auch später das Sachs-Bücher rausgebracht mit Christian Reinsch. Das ist schon lang vergriffen und wird tierisch verhandelt. Ja, auch übrigens die ersten drei Bildbände. Also wenn man da heute welche hat, da habe ich Preise gehört, die waren astronomisch. Band 1 liegt bei 600 Euro. Das M1 Buch, das Prokabuch, eins meiner Lieblingsbücher. Und du hast das über Michael May gemacht. Und das über Michael May. Ja, das war eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Kommt wieder aus dem Bergrennsport, da hatte ein Freund von mir ein Mai-Turbo Cabri. Und so bin ich damals überhaupt ein Mai-Turbo gekommen und fand das ganz toll als Auto. Und als das Thema dann an mich herangetragen wurde, dass man ein Buch über ihn machen kann oder möchte, habe ich sofort gesagt, ja natürlich. Also klar, dass das keine große Auflage wird und klar, dass das eine ganz limitierte Gesellschaft anspricht oder Fans anspricht. Er spricht viel zu wenig Leute an. Der hat so viel gemacht und das Buch ist so toll geschrieben. Also das ist tatsächlich eine Riesenentdeckung. Michael May ist, finde ich, zu unbekannt für das, was der eigentlich vorangetrieben hat und wo der überall seine Finger am Spiel hatte. Und das war ein Tüftler, ein Entwickler, ein Ingenieur. Unglaublich. Der hat für Ferrari gearbeitet, für Jaguar gearbeitet, für Daimler gearbeitet, hat wahnsinnig viele Sachen gemacht und hat sich ja dann selbstständig gemacht mit dem ersten Geld, was er von Enzo im Ferrari bekommen hat. Hat sich selbstständig gemacht, hat eine Werkstatt aufgebaut und hat halt eben Turbomotoren gemacht. Und da war er, da war er Pionier in dem Bereich. Absolut. Jochen Maas, auch wie gesagt, Buch Jochen Maas. Ich liebe Jochen Maas. Ganz, ganz toller Typ. Ganz toller Typ. Und was der für Geschichten erzählt, Gute Zeit miterlebt. Super interessant und das Schöne ist, die FHR, die Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, hatte eine Kooperation mit Mercedes und Mercedes hatte damals ein ganz tolles Konzept. Damals war noch Michael Bock in der Klassikabteilung. Die haben selber ein Auto eingesetzt und haben auf das Auto, das war Mercedes 220 SE, und haben auf das Auto immer einen Journalisten und einen Profi draufgesetzt. Und Jochen Maas war natürlich auch dabei, Klaus Ludwig war dabei, Kulthard war dabei, Elnor war dabei, also da waren große Namen, die sich dann in das Auto gesetzt haben und mitgefahren sind. Das Konzept war, sah aber vor, dass Mercedes jetzt nicht einen Gesamtsieg einfahren wollte, sondern wie gesagt, 220 SE, 130 PS. Natürlich waren die nicht vorne, aber das war nicht Ziel und Zweck der Übung, sondern man wollte zeigen, wie historischer Motorsport funktioniert, die Journalisten haben darüber berichtet, die Profis waren dabei, es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, das war ganz toll. Das war ein tolles Konzept, leider hat Mercedes das Konzept eingestellt, aber es wäre schön, wenn wir sowas noch mal hätten, zum Beispiel auch bei der Tourbank Classics, dass man da noch mal so ein bisschen Werkseinsatz hat, wo man einen Profifahrer mit Werksunterstützung vielleicht mal an der Rennstrecke einsetzt und das auch entsprechend medial begleitet. Das war toll. Früher haben die auch ihre Fahrer gehabt und das an die Privatteams verliehen, teilweise, oder hergegeben, BMW, das hat er so gemacht, könnte man genauso wieder machen. Also ich sage mal, mit den heutigen Autos wirklich keine Emotionen mehr. Da kann ich jetzt mit Supersportscast natürlich auch noch Emotionen wecken, keine Frage, also es sind ja auch Bombenautos, aber letztendlich sprechen sie alle die gleiche Formensprache. Mit den Alten, mit meiner Historie, wenn ich Autohersteller bin, kann ich ja mit meiner Historie viel mehr anfangen. Da habe ich Emotionen, da habe ich Brummbrumm, da habe ich ein Motorgeräusch, da habe ich eine Entwicklung, mit der ich mit der ich posen kann. Ja, auch als der M3-Motor rauskam oder AMG, seine Motoren gemacht hat. Ich meine, das spricht doch jedem noch irgendwie Wahnsinn, der in einem Alter ist, wo er auch moderne Autos kaufen kann und auch hochwertige Autos kaufen kann. Ja, das spricht jeden an. Und die Leistungsdichte, finde ich, da habe ich mir ganz viel schon Gedanken drum gemacht, woran das liegen mag. Aber ich glaube einfach, es ging los, dass auf einmal sind Sportwagen von TDI-Kölfen von hinten angeblinkt worden, dass sie immer Platz machen mögen. Und heute kann sich jeder ein 400-500 PS Auto als Limousine leasen. Du musst es ja nicht mal kaufen, für relativ dünnes oder überschaubares Geld. Und wie viel Leistung müssen Rennautos haben, dass der normale Mensch sagt, das fahre ich ja nicht oder das ist ja noch was Beeindruckendes. Also du musst ja schon 1200 PS fast haben, damit der normale Sportwagenfahrer sagt, ui. Aber der Unterschied liegt einfach mal darin, dass ein heutiges Auto seine 16, 17, 1800 Kilo hat. Das ist das Problem. Auch wenn ich 600 PS oder 500 PS bei 1600 Kilo habe, ist das ja doch noch ein Unterschied zu einem historischen Rennwagen, der vielleicht 900 Kilo hat und 300, 350 PS hat. Genau. Und der Spaß ist tatsächlich durchs Leistungsgewicht. Das ist tatsächlich das große Thema, auch für mich. Vegan Autos, denk mal. Ein kleines Auto oder auch einen Kleinwagen, also weiß nicht, Citroën, irgendwas, sagst du GTI oder sowas. Oder wie damals meine Ente, 32 PS. Ich glaube, die Ente wohnt 700 Kilo. Du hast einen Riesenspaß mit solchen Autos, weil die einfach in der Kurve spürst die Leichtigkeit, auf der Bremse spürst du die Leichtigkeit und das, finde ich, macht auch den historischen Motorsport aus und da kommen wir jetzt natürlich auch gleich noch drauf auf die ganzen Serien, die zur FHR gehören, aber es ist, man denkt immer so, naja, das ist ein Auto aus den 60ern und auch wenn das kein Top-Class-Auto ist, wie jetzt ein Ferrari irgendwas oder so, die haben Leistung, also die haben gar nicht so viel Leistung, aber die haben ein Leistungsgewicht, was fantastisch ist, was du heute kaum in irgendwelchen Rennwagen hast und die beschleunigen wie die Teufel, ne? Du hast den Fahrrad gelagert die Fahrer an, wie die privat fahren, ja, da haben sie so einen Supersportwagen und sie fahren dann aber auf der Rennstrecke mit einem Alfa Romeo, mit einem Porsche, mit einem, mit einer Cobra, also definitiv andere Leistungsklasse, aber durch das Leistungsgewicht, was sie haben und auf der Rennstrecke und ich fahre mit, 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 Sportreifen, Rennreifen, ich habe ein riesiges Gewicht, ich habe ein großes Drehmoment eventuell, auf jeden Fall haben die mächtig Spaß auf der Rennstrecke, auch mit, wenig motorisierten Autos, wobei ja wenig motorisiert ist ja auch in Anführungszeichen, aber unter 200 PS hat man heute auch kaum noch einen historischen Motorsport. Aber 200 PS reichen, um richtig Spaß zu reichen, und das hast du heute im Straßenverkehr, 200 PS, wenn du dich ein bisschen für Motorsport oder was interessierst, sagst, boah, ist das langweilig. Ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten, der fährt jetzt Le Mans Classic mit einem DKW. Ja, und das freut sich immer darauf, weil er sagt, das ist Historie, das Auto ist damals auf der Rennstrecke gefahren, ist auch Le Mans gefahren und wie schnell das ist oder das geht ja nicht darum, sondern es geht darum, den Spaß zu haben und dieses Auto an seinem Limit zu fahren. Ja. Und das ist die Herausforderung und das ist der Spaß an der ganzen Geschichte. Habt ihr eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Falls nicht, dann schaut doch mal auf die Seite www.70love.de, denn dort gibt es zum Beispiel einen Retro-Tenniskoffer, in den man auch alles andere reinpacken kann, wenn man nur ein bisschen Fan des alten Looks ist und das sind wir hier doch alle so ein bisschen, oder? die wir uns hier in der alten Schule versammeln. Außerdem gibt es dort alte Schule-Aufkleber für alle, die noch eine leere Stelle auf ihrem Auto haben, also www.70love.de 70love.de ist die Adresse und mit dem Code ALTE SCHULE bekommt ihr den Tenniskoffer momentan sogar zum halben Preis. Und jetzt zurück zu Michael Thier und ich glaube, den Renn-Overall, wenn ihr historischen Motorsport betreibt, der passt auch wunderbar in den Tenniskoffer rein. Bevor wir jetzt, also eigentlich müsst ihr natürlich noch fragen, wie du zur FHR gekommen bist, aber jetzt müssen wir gleich über eine Sache reden und zwar ist das eine Serie, die ich immer als Fan oder damals noch naiver Fan immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, das war die Formel V. Also je mehr man sich mit Motorsport beschäftigt, desto mehr rückt die Formel V ins Zentrum. Basis allem. Es ist die Basis von allem und es ist auch die Basis natürlich von Jochen Mars und Kollegen. Von dem Buch habe ich auch rausgebracht. Von den ganz großen Fahrern, Niki Lauder, Dingboom und ich habe Reiner Braun. Eben, und eben durch meine Talks mit Reiner Braun fällt natürlich immer wieder Formel V und ist auch Formel V gefahren und ist hier und die ganzen Rennen und die Strecken, also egal wo, Flugplatzrennen, überall ist immer Formel V dabei gewesen und das habt ihr natürlich auch in eurer Klasse. Also das haben wir in unserem Gesamtportfolio der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport haben wir auch die Formel V dabei. Das ist sensiblich, oder? Die Anfänge habe ich noch mitgekriegt, die sind nämlich am Anfang Berg gefahren und mein Freund Lothar, den ich von damals noch kenne, der hat die Formel V damals ins Leben gerufen und die Formel V, das waren damals, also wir haben die immer etwas belächelt. Ja, absolut, aber es sind tolle Autos. Es hat sich unglaublich entwickelt über die Jahre. Die Autos haben heute auch einen Wert und alles, was Wert hat, wird dann auch gepflegt und gehegt und wird dann auch auf einen Neuzustand gebracht. Damals war das alles nur so ein ganz billiger Motorsport halt eben. Also damals, jetzt vor 30 Jahren, ganz, ganz damals, als sie ganz neu waren, die Formel V, war das natürlich ein Einstiegssport für viele Profis. Alles auf Käferbasis. War bezahlbar, war reparierbar, war VW-Technik, tolles Format. Keine Frage. Und du hast natürlich das vorangelernt, was ja immer Christian Menzel immer sagt, je weniger man einstellen kann, desto mehr kommt es auf dem Fahrrad auf an. Du konntest mit Reifenluftdruck ein bisschen was machen und ein bisschen Spursturz, bumm. Keine Aero, nichts und du musst das einfach Tempo mitnehmen aus der Kurve, in die Kurve und eine saubere Linie fahren. Und das ist das Tolle. Und ich bereue das wirklich, dass ich das damals nicht mehr verfolgt habe. Also damals heißt bei mir Oldtimer Grand Prix 90er vielleicht. Also da war das billiger Motorsport, genau das, was du gesagt hast. Das waren so die Formelautos und dann hast du gedacht, wann kommen die Kern-M, das interessiert mich mehr oder die Supersports oder was. Aber im Nachhinein betrachtet ist das richtig cooler Motorsport. Aber heute auch schon wieder einen Tick teurer, weil die Autos einfach begehrter geworden sind. Ja, das ist noch Breitensport. Also das ist heute noch Breitensport. Ich kann jetzt keine Preise nennen, weil ich die einfach nicht weiß. Aber ich sage mal, Formel V kriegt man mit Sicherheit unter 20.000. Ja, das glaube ich auch. Und Motorrevision liegt sicherlich noch im fünfstelligen, fünfstelligen, nein, vierstelligen Bereich. Im niedrigen, sattstelligen Bereich. Das ist schon noch bezahlbar. Und die Formel V hat sich wahnsinnig gemausert. Es sind, glaube ich, inzwischen teilweise 50 Fahrer am Start. Und je mehr Teilnehmer ich habe, umso günstiger kann ich dann auch das Nennengeld machen. Weil die Streckengiete ist immer da, egal wie viele Autos ich bringe. Und dadurch habe ich einen sehr günstigen, schönen Einstiegssport, der Spaß macht, eine schöne Gemeinschaft. Und das macht Spaß. Das ist eine tolle Sache. Wie ist das bei dir überhaupt zur FHR gekommen? Also ich gehe davon aus, als du deinen Verlag hattest, bist du immer weiter Rennen gefahren, irgendwann mehr Rundstrecke auch? Wenig, ja, auch ab und zu. Also es war jetzt nicht, dass ich Serien gefahren bin oder eine Meisterschaft gefahren bin. Ich bin ein bisschen Berg gefahren und ich bin ein bisschen Rundstrecke gefahren, aber so, wie es mir gerade so Spaß gemacht hat. Mit dem SD von Kremach. Genau, genau. Ja, durch den Verlag habe ich halt eben den damaligen Organisator der FHR kennengelernt, weil wir da auch medienmäßig zusammengearbeitet haben. Und er wollte sich irgendwann, hatte er sich ein anderes Hobby ausgesucht und wollte in seinem neuen Hobby mehr frönen. Er wollte rauswandern und hatte dann einfach mal so in die Runde gefragt. Ich habe hier die FHR und ich habe hier ein paar Rennserien und ich brauche jemanden, der das neu übernimmt. Und ich habe das ja noch nie gemacht. Auf dem Verlag hatte ich ja nie gemacht. Das war Neuland und ich liebe solche Herausforderungen. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut. Er hat mich mit auf die Rennstrecke genommen. Ein paar Fahrer kannte ich schon, ein paar Fahrzeuge kannte ich. Also ich war ja schon so ein bisschen in der Szene drin. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich das übernommen und habe es jetzt im sechsten Jahr leite ich das Ganze und macht einen Riesenspaß. Es ist im Prinzip Hobby zum Beruf. Also muss man gut so sein. Also es ist maximale Hobby zum Beruf. Ich freue mich, wenn die Rennen wieder beginnen. Und dieses Jahr war natürlich ein bisschen gescheit. Das war nicht das, was ich wollte. Aber nicht, desto trotz haben wir auch dieses Jahr gut über die Runde gemacht. Wir haben, ich habe jetzt in den Jahren noch mehr Rennserien dazu genommen. Ich habe eine deutsche Meisterschaft eingeführt mit dem DMSB zusammen, was ganz toll funktioniert und inzwischen auch wirklich Anerkennung findet. Und das ist die einzige historische Serie, die DMSB hier erhält. Das ist die einzige deutsche Meisterschaft, die DMSB als Prädikat ausschreibt. und das kommt langsam auch ein bisschen im Ausland an, weil auch ausländische Fahrer können deutscher Meister werden. Wir bieten die Serie als internationale Serie an mit ausländischer Beteiligung und somit kann auch ein Schweizer, ein Österreicher deutscher Meister werden. Ja, das ist ein schönes Format und mein Ansehen war ja eigentlich, dass man mit der deutschen Meisterschaft das auch mehr in die Breite trägt, dass mehr Interesse da ist am historischen Motorsport und dass wir in Deutschland den historischen Motorsport auch weiter fördern und mehr in die Breite tragen, weil das ist unheimlich wichtig, wir brauchen Nachwuchs. Leider gehen auch Fahrer aus Deutschland ins Ausland und fahren auch im Ausland und ich würde mich natürlich freuen, wenn man in Deutschland schon historischen Motorsport betreibt, dass man natürlich möglichst viele Fahrer hier dafür begeistert, dass hier in Deutschland eine schöne Serie läuft und mit tollen Leuten, mit tollen Fahrern. Wir haben ja auch Profis mit dabei, die sich im Cockpit mit dem Fahrzeugeigentümer teilen. wir haben eine tolle Atmosphäre, wir haben ein tolles Reglement, wir haben als einzige historische Rennserie, ich will nicht sagen weltweit, aber europaweit, eine Langstrecke, wo wir mindestens zwei Stunden fahren und bis zu vier Stunden fahren. Wir werden dieses Jahr dank des ADAC auch ein 1000-Kilometer-Rennen fahren. Das ist der Henning-Meyers-Renken, der mit dem ADAC dieses Rennen oder dieses Format aufgegriffen hat. War schon immer ein Traum, auch von mir dieses 1000-Kilometer-Rennen zu machen. War auch schon mal von Anfang an eine Idee. Bei 1000 Kilometer ist es 1000 Kilometer mehr. Das ist einfach mega. Und da geht es mir zu fahren. Eine Problematik ist natürlich Nordschleife. Es gibt viele Fahrer, die die Nordschleife meiden und wir haben ja auch noch die Problematik des Permits. Also man muss eine bestimmte Lizenz machen für die Nordschleife. Das machen wir immer im Vorfeld des Rennens. Das heißt, einen Tag vor dem Rennen gibt es bei uns einen Lehrgang, den man besuchen kann und dann bekommt man den Permit und kann dann mit diesem Permit auf der Nordschleife Rennen fahren. Man muss vorher leider noch so ein E-Learning im Internet machen. Ist ein bisschen kompliziert und auch ausländischen Fahrern das zu erklären, was alles zu machen ist und einen Permit zu bekommen, ist nicht immer einfach. Aber wir helfen dabei, dafür sind wir auch da. Aber es ist natürlich eine Hürde und letztendlich muss auch jeder bereit sein, Nordschleife fahren zu wollen. Auch wegen der Materialmorgung? Nee, das ist es gar nicht. Also Nordschleife, also für mich bin Nordschleife gefahren und das höre ich auch immer wieder. Auf dem Grand Prix-Kurs habe ich enge Kurven und habe ganz andere Kurvengeschwindigkeiten. Auf der Nordschleife, die ist relativ flüssig. Die hat zwei, drei Stellen, wo man wirklich abbremsen muss. Aber der Rest ist relativ flüssig, es gibt viele Geraden und man muss natürlich wahnsinnige Kenntnisse, Schreckenkenntnisse haben, um die Kurven auch als gerade zu nehmen. Es gibt viele Mutstellen, gar keine Frage. Und sie ist auch eng. Also das Überholen ist auch nicht immer so einfach. Aber die Nordschleife ist schon cool und das ist schon Kult. Und ich glaube, wir können jedes Jahr froh sein, wo wir die Nordschleife haben und sie fahren können. Absolut. Das ist übrigens so ein Damoklesschwert, was irgendwie, seitdem ich sie besuche, denke ich immer, mein Gott, ist das toll, dass es sowas noch gibt. Und jedes Jahr kriegt man immer von den Leuten so eingeimpft, ja, nicht mehr lange. Zum Glück ist es noch so weit. Ich glaube auch, das bleibt erstmal so ein bisschen meine ganze Region. Ja, ja, ja. Das ist ein Permit. Ich habe mal so einen Kurs gemacht, tatsächlich dieses Permit, was zum 24-Stunden-Rennen gehört. Nicht, dass ich da mitgefahren bin, aber das war, irgendwie hat es mich interessiert und habe ich das mal mitgemacht. Und da kann ich es natürlich noch verstehen, weil so viele Profis mitfahren, die mit extremem Tempoüberschuss von hinten kommen und da muss man so ein bisschen diese Flaggen, dann gibt es ja dieses Code 60 und diese ganze Thematik. Was beinhaltet dieses Permit? Ja, also es gibt drei Stufen Permit. Es gibt A, B und C. C ist die Classic Permit. Das ist die einfachste Variante des Permits. Hier wird im Prinzip nur die Theorie vermittelt. Also Flangenkunde-Nordschleife. Das ist also tatsächlich auch beim historischen Motorsport speziell. Ja, genau. Das ist genauso wie beim Profisport. Also das ist die gleiche Flangenkunde, genauso Code 60. Doppelt geschwenkt gelb. Genau, doppelt gelb. Full course yellow und solche Geschichten. Das ist alles auch im historischen Motorsport so. Also hier macht man im Prinzip das E-Learning, das am Computer stattfindet. Dort gibt es kleine Beispielfilme, die man sich vorher anguckt und wo man dann bestimmte Situationen geschildert bekommt. Die man dann nachher richtig einschätzen muss und beantworten muss. Dann gibt es das B und A Permit und da gibt es halt eben verschiedene Stufen, wo man auch nachweisen muss, dass ich so und so viel Rennen in der und der Klasse oder Kategorie gefahren bin und auf der Neustreife gefahren bin. Dann muss ich also Erfahrung nachweisen und erst dann bekomme ich irgendwann die A Permit. Ja, okay. Und damit kann man auch 24 Stunden Rennen mitfahren. Und dann kann man 24 Stunden Rennen mitfahren. Und das macht, wie gesagt, auch Sinn. Gerade wegen dem Geschwindigkeitsüberschuss. Ich war als Fotograf mal beim 24 Stunden Rennen. Also ich war wirklich da so schön erstaunlich. Mitten in der Nacht, stockduster. Man sieht die Lagerfeuer, aber vielmehr auch nicht. Und gut, die Leistungsdichte ist ja heute auch enger geworden beim 24 Stunden Rennen. Früher hatten wir ja noch die Fahrzeuge. Aber heute haben wir ja schon größere Arbeiten. Nichtsdestotrotz, der Leistungsunterschied ist da und der ist schon auch, ich meine. Heute macht es ja mit den blauen Blinklichtern, dass die, wenn die ganz schnell kommen, dann. Aber wenn man das so richtig sieht, wie so ein GT3 über die Neustreife fliegt, das ist. Und wie eine Kurve kommt vom Gas geht eigentlich. Also ich habe mal, ich habe einen Freund, der ist beides gefahren, historisch und faul, es gibt mehrere bei uns, die historisch und faul entfahren. Aber ich habe mal einen gefragt, was denn letztendlich anstrengender ist. Ja, die Lenkkräfte sind im Historischen eventuell stärker. Aber dadurch, dass ich im historischen Motorsport doch, und ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas gemütlicher unterwegs bin und auch mal Luft dazu habe, mal rechts und links zu gucken, ist das Fahren im historischen Auto beim 24-Stunden-Classic zum Beispiel doch im Ganzen bei weitem nicht so anstrengend wie im modernen Auto. Wo ich mich hundertprozentig, ich darf ja gar keinen Fehler mehr machen. Physisch immer am Limit. Physisch immer am Limit. Ja, physisch und psychisch immer am Limit. Weil das geht schon auf die Psyche und man glaubt gar nicht, dass Motorsport tatsächlich Sport ist und sehr anstrengend sein kann. Und im Hinterkopf weißt du immer, 40 Leute sitzen am Monitor und überwachen, ob du in der Kurve genauso schnell bist wie der Teamkollege. Natürlich ist heute auch im Profisport der Druck auch da. Und ja, das macht schon Sinn, da auch ein Permit zu machen. Im Klassischen fand ich damals, ich habe mich am Anfang sehr dagegen gewehrt, beim DMSB im historischen Motorsport sowas einzuführen. Da wir aber Nordschleife meistens auch mit etwas moderneren Autos fahren, also in Kombination, wir machen immer eine eigene Startgruppe, aber die Nordschleife kann nur bespielt werden mit vielen Autos. Sonst wird es einfach zu teuer. Und deswegen fahren auch andere Autos mit, die in anderen Baujahren, Klassen sind und auch entsprechend schneller sind. Also wir haben da schon Leistungsunterschiede. Deswegen nehmen wir immer die Startgruppe 3 und können dann wenigstens die ersten Runden dann alleine fahren und dann irgendwann kommen dann mal Überrundungen. Aber dann sind die drei Stunden auf Schopfers wieder vorbei. Ja, und so macht es Sinn und so ist es auch bezahlbarer Motorsport geblieben, dadurch, dass wir teilweise beim 24 Stunden Klassmix 210 Autos fahren. Also aus der FHR kommen rund 50, 60 Autos und der Rest wird anderweitig bestückt durch die Youngtimer. Und dann haben wir 210 Autos, das ist natürlich Welt auch für die Fans übrigens. Ja, natürlich. Und wenn man mal an der Nordschleife steht und sich die Fans anguckt und auch mal mit denen redet, jedes Mal totale Begeisterung über die Klassik, weil die sagen, guck mal, das Auto habe ich früher gefahren und das bin ich mal gefahren. Guck mal, da ist ein Kadett und da ist ein Escort und da war ein alter Porsche. Das sind total Begeistert. Die fangen vor allem schon an zu reden über das Auto, bevor es noch drei Kurven weg ist, weil sie es am Sound erkennen. Das ist ja heute auch ich war bei der DTM am Oberstring, da hatten wir auch mal ein Classic-Programm abgewickelt, was unheimlich viel Spaß gemacht hat und da habe ich mir auch die moderne DTM zum ersten Mal wieder angeguckt und ja, natürlich, ich will das jetzt nicht mindern, es ist eine tolle Serie und es ist toll gelaufen und die sind auch richtig schnell, aber die Geräusche waren alle gleich. Also man hört nur und wenn man im Historischen guckt oder auch damals die DTM guckt, da hat man die Autos wirklich erkannt und das ist heute auch so. Ich erkenne 12 Zylinder, 18 Zylinder, 16 Zylinder, 14 Zylinder, ich weiß, was da kommt. Der eine spuckt Flammen und der andere, der kommt an der Seite raus und beim nächsten hinten und was ist. Das ist einfach ein Ressenspaß drauf. Das ist auch für Zuschauer viel interessanter. Allerdings wird da auch natürlich ist auch im historischen Motorsport die Leistungsdichte nicht immer so eng und schon mal weiter gefächert und natürlich, wenn ich jetzt, das ist das kleine Dilemma, wenn ich jetzt auf dem Grand Prix Kurs bin und habe 20 Autos, dann ist das auch nicht schön. Das ist schöner, wenn wir mit 40 Autos fahren, das haben wir ja auch Gott sei Dank, dass wir 40 oder 50 Autos im Langstreckenrennen haben und dann wird es richtig interessant. Dann gibt es Überholvorgänge, dann gibt es Fights, dann gibt es Boxenstopp-Strategien, und dann ist alles da, was man braucht. Ich finde auch als Zuschauer, gerade wenn so viele Autos dabei sind, du weißt ja eigentlich, es geht um nichts, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, das macht das Ganze langweilig, aber ich finde, man hat immer Autos, an denen man sich festbeißt, wo ein Fahrer mit einem Messer zwischen den Zehen fährt, der immer für Unterhaltung sorgt. Da hat man immer mindestens 5, 6 Autos und als Fotograf und das finde ich so toll, was ich auch manchmal gemacht habe, du hörst schon lange, bevor der Abflug kommt, dass der Motor gerade noch viel zu laut ist für die Stelle, wo du eigentlich bremsen willst. Kann man schon mal hingucken und man kann das wirklich toll verfolgen. Am Rübergring ist es die erste Nacht stattfindige Kurve, wo viele stehen und wo es immer interessant ist und gerade in der Startphase, also historischer Motorsport und Startphase, da kriege ich Gänsehaut. Ja, da bin ich jedes Mal begeistert von und ich bin immer wieder begeistert, wie viele interessante Autos bei uns starten. Auch gerade, wir haben eine neue Serie, die wir jetzt erst ein paar Jahren haben, das ist die 100-Meilen-Trophie, die wir jetzt umbenennen werden, nächstes Jahr in Can-Am, in Sportscars. Mega-Autos. Mega-Autos. Das ist alles vertretbar, was hochleistungsfähig ist, also mit starken Motoren, da haben wir Autos bis 1990, da haben wir die Can-Am, da haben wir Supersportcars, da haben wir Gruppe C, kann da auch mitfahren, aber da werden wir nächstes Jahr eine neue Rennserie machen, die nur Gruppe C beinhaltet. Wir haben GT-Fahrzeuge, Tourenwagen dabei, da fährt auch ein Escort mit, da fährt ein Porsche 911 RSR mit, da fahren verschiedene Prototypen mit, also da ist ein sehr, sehr großer Mix, die trotzdem von der Leistung her relativ gut miteinander harmonieren und die einfach super gut zusammenpassen und so ein Start der Felder, also wenn man da einen Start sieht, das ist, ich meine gut, vorneweg die Can-Am, aber auch nicht unbedingt immer die Can-Am, das kann auch mal ein Sportprototyp sein, ein Lola T290 zum Beispiel von Felix Haas, der ist auch immer gut dabei, ganz vorne. Es macht einfach Spaß sozusagen und wenn man mal so ein 9-Liter-Auto V8 hört oder so ein hochdrehenden 3-Liter-Formel-1-Motor, der in so einem Lola drin ist, das ist bombastisch. Also da kriege ich jedes Mal, ja, da kriege ich jedes Mal wirklich Gänsehaut. Das ist toll und dann macht das einfach Spaß, solche Serien zu betreiben und zu organisieren, weil das einfach toll ist. Das ist Motorsport, den ich liebe und wo ich aufgehe und wo man auch merkt, die Zuschauer sind dabei und auch bei der Langstrecke. Bei der Langstrecke haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen, die einfach auf die Dauer gehen und wenn man im Sommer fährt, bei 30, 40 Grad im Schatten, das geht an die Grenzen und das ist das, was die Fahrer ja lieben. Die wollen ihre Grenzen haben, fahrerisch wie auch körperlich. Und wenn man sieht, wie alt Rennfahrer werden, also das ist Sport. Definitiv, das ist das. Wenn Sie das aktive Kriere überlebt haben, dann hätten Sie wirklich steineid. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich profitiere da sehr von. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass der Motorsport durch die Ausschüttung von Adrenalin und dadurch, dass die Wehen sich immer sehr stark kurzfristig ausdehnen und wieder zusammenziehen und letztendlich jeder, der Motorsport betreibt, macht auch Privatsport. Also es animiert alle, auch privat Konditionstraining zu machen und Lauf zu bauen und deswegen sind alle eigentlich kerngesund. Es gibt natürlich auch noch ein paar Raucher bei uns, aber relativ selten. Letztendlich macht jeder Sport und achtet jeder auf seinen Körper, dass er auf der Rennstrecke fit ist und auch eine Langstrecke durchhalten kann. Das ist wirklich nicht ohne. Ja, wenn man sieht, wie die aussteigen oder teilweise aus dem Auto kriegen. Das ist schon gut. Also da ist jetzt übrigens gerade die Serie, das ist natürlich, und die 100-Meilen-Trophy, das ist schon ein High-End eigentlich. Also vom Sport, da geht es schon richtig um Geld. Wenn du sagst, wir brauchen Nachwuchs, ist wahrscheinlich die Klasse nicht so prädestiniert dafür. Wo geht es denn bei dir los? Oder was ist denn so gesehen? Letztendlich in allen Klassen. Letztendlich in allen Klassen. Also für mich persönlich, die Einsteigerklasse ist die HTGT. Das ist die HTGT um die Dunlop-Trophy. Das sind Sprintrennen mit einer Stunde Fahrzeit. Ja, Titus Dittmann hat davon geschwärmt. Der fährt ja mit seinem Fortpunstang. Der ist früher viel gefahren. Ja, genau. Jetzt geht er bei mir im Podcast. Das sehe ich ab und zu machen. Wir sagen schon mal Hallo. Und früher ist der öfter bei uns gefahren. Der ist aber auch 24-Stunden-Rennen gefahren. Genau, mit seiner Wahlkampf. Er hat schon früher Vollgas gegeben. Ja, also das ist für mich so die Einsteigerklasse, weil einmal ist es ein Stundenrennen. Man kann zu zweit fahren. Es gibt einen Pflichtboxenstopp. Also nach der Hälfte der Rennfahrzeit wechselt man oder man fährt durch. Den Pflichtboxenstopp muss jeder machen, auch wenn er alleine fährt. Aber ich kann die Stunde alleine fahren. Aber ich kann auch nach einer halben Stunde sagen, ich teile mir den Fahrerplatz mit einem zweiten Fahrer. Dadurch ist die HTGT und die Dunlop-Trophäe relativ günstig. Also ein günstiger Einsteigersport. Ich werde nächstes Jahr auch den Preis nochmal senken, weil wir die Trainings zusammenlegen mit der Langstrecke. Und ich versuche dann Langstrecke und HTGT immer zusammen zu haben. Und dann können wir die Trainingzeit teilen. Und dadurch wird die HTGT und auch die Langstrecke natürlich, aber die HTGT vor allen Dingen günstiger. Und da möchte ich im Prinzip, da sehe ich die Einsteigerklasse. Also da sieht man auch viele, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, viele Vater-Sohn-Geschichten. Oder wir haben jetzt auch Vater-Tochter. Ganz tolle Geschichte. Oder Mutter-Sohn. Nee, das kannst du nie. Doch, im Prinzip. Also Familie würde ich sagen. Vater-Mutter-Sohn. Das haben wir tatsächlich auch. Aber man sieht viele, viele Vater-Sohn-Konstellationen inzwischen super toll. Super, prima. Wir machen teilweise auch so ein Rookie-Pokal dann am Jahresende. Also der beste junge Fahrer, Einstiegsfahrer. Also das ist einfach schön zuzugucken. Und wenn man dann noch sieht, dass dann teilweise die Jungen mit 20, 23 richtig Gas geben können und richtig schnell werden, das ist toll. Also es macht Spaß. Was ist für die Söhne? Und wir sind sogar teilweise aus unseren Lagern dann auch teilweise Söhne in den Profisport übergegangen. Tatsächlich? Aus dem historischen Sport entdeckt worden. Eine HT, GT, was sind das für Einstiegsautos? Also Ford Escort ist ja inzwischen auch schon richtig teuer eigentlich. Das ist ja kein Einstieg mehr. Teuer ist alles. Aber ich sage, wir haben einen Fiat Abad, aber der fährt eigentlich mehr Langstrecke. Lancia Fulvia, BMW 2002. Aber ich sage mal, wir reden hier wirklich immer von Preisen, die, also günstig ist da nichts. Wirklich günstig. Also BMW 2000 oder 1800 Teaser, sowas noch. Aber wenn man wirklich günstig ein Auto findet und was auch wirklich gut fährt und einen Motor hat, der revidiert ist, ist, ich behaupte mal, unter 60.000, 80.000. Das ist mit dem Einstieg schwierig. Und irgendwie passt einem, glaube ich, auch der Ehrwärts im Hobbysport, dass man nicht hinterherfahren will. Wieso kriege ich das immer mit? Dass Leute sagen, ach, das ist mir jetzt doch zu sprach. Ich brauche da mehr Leistung. Ja, aber man kennt ja auch vor allem. Das ist meine Empfehlung immer, dass man wirklich einen Drehmomentmotor nimmt, der vielleicht auch in der Rallye eingesetzt wird, weil das ist ein Motor, der nicht so hoch dreht. Der hat eine ganz andere Laufzeit oder Laufdauer. Und da sage ich schon, also fahr erst mal mit 120 PS und sieh zu, dass du die im Griff hast und dass du die auch wirklich beherrschst. Dann macht alles andere, was danach kommt, viel, viel mehr Spaß. Weil dann habe ich eine Basis und kann die bewegen. Und das Fahren ist ja erst mal wichtig. Das Fahren lernen ist wichtig. Die ganzen Regeln auf der Rennstrecke zu lernen. Auch das ganze Digitalfahren, das ist einfach nicht zu vergleichen mit dem realen Fahren. Und wir machen Folgendes in der FHR. Wenn entweder ein Anfänger zu mir kommt oder ich sehe, dass es ein Anfänger ist, dann bekommt er hinten ein gelbes Schild mit einem Kreuz, das allen signalisiert, hier sitzt jemand drin, der noch nicht die große Erfahrung hat. Und dann sind alle Fahrer angehalten, entweder einen großen Bogen um ihn zu fahren oder ihn nicht unbedingt, wenn es nicht nötig ist, auszubremsen. ihn einfach nicht in Situationen bringt, wo er gezwungen ist, falsch zu reagieren. Wir müssen einfach Rücksicht aufeinander nehmen und wir müssen neuen Fahrern die Möglichkeit geben, diesen Sport auszuprobieren und ohne, dass sie dann nachher nach einer Stunde rauskommen und sagen, also ich gehe nie wieder. Also das möchte ich einfach nicht. Sondern die, die fahren können, die sollen einfach sehen, da ist jemand, da weiß ich, der kann auch mal bremsen, wo es vielleicht nicht so günstig ist. Also Profifahrer, die wir fahren, die fahren natürlich bis zur letzten Rille und bremsen auch nur da. Und ein Amateur oder der gerade anfängt, der bremst natürlich 20 Meter vorher. Aber er muss sich ja erstmal langsam rantasten. Und alle müssen sehen, das ist jemand, da muss ich ein bisschen aufpassen, deswegen bekommt er hinten ein gelbes Schild. Das ist kein Fahranfängerschild, sondern das ist einfach nur ein Hinweis. Ich bin noch nicht so ganz firm auf der Rennstrecke und bitte mit Rücksicht auf mich. Genauso habe ich ein Schild, da steht einfach nur eine 65, eine rote drauf. Das sind Autos. Man erkennt das nicht immer, welche Baujahre die Autos haben. Es gibt ja Fahrzeuge, die wurden über mehrere Perioden gebaut. Und deswegen muss man das nicht immer erkennen. Ein Mustang muss man auch nicht immer unbedingt einschätzen, ob das jetzt ein 65er Mustang ist oder ein 66er, 67er Mustang. Der Unterschied liegt in den Reifen. Wir fahren im historischen Motorsport bis 65 mit Dunlop Racing Reifen. Das hat verschiedene Gründe. Viele haben das noch nicht verstanden, warum man das so macht, aber es liegt an den Schorwerten der Reifen. Das ist leider schon mal öfter passiert, dass jemand auf einem alten Auto Slicks drauf gemacht hat. Und die Slicks haben dafür gesorgt, dass das Auto im Prinzip in zwei Teile gebrochen ist. Also weil das Grid-Niveau so hoch ist, dass das Material das nicht mehr mitmacht. Und deswegen gibt es, das ist Nummer 4 Standard, gibt es in den Rennserien. Und wir haben eine spezielle Rennserie, nur für 65er Autos oder bis 65. Das ist die Gentle Revers Trophy. Da werden halt eben nur diese Dunlop Vintage Reifen eingesetzt. Und wenn ich jetzt aber eine Langstrecke mache und ich habe dann auch Autos dabei bis 65, dann bekommen die auch hinten das Schild 65 drauf, damit die anderen sehen, der hat nicht den Bremspunkt, den ich habe. Und wenn ich mich da vorsetze und er muss bremsen, dann muss ich einfach nach hinten schauen, ob der mit dem Bremsweg hinkommt. Und wie gesagt, da versucht man so ein bisschen Sicherheit in die ganzen Serien zu bringen. Das hat bis jetzt auch wunderbar geklappt. Wir haben wirklich ganz wenige Unfälle. Absolut. Also das finde ich, das hört man tatsächlich wenig. Bei Touristenfahrten an der Nordschleife passiert auf jeden Fall mehr. Definitiv passiert. Und es ist natürlich auch, der Sicherheitsstandard ist ja extrem hoch. Also natürlich werden die Autos abgenommen. Und auch die, für alle, die vielleicht die Rainer Braun-Sachen kennen, auch in der Formel V wird nicht mehr im Anzug mit nicht passendem Helm und ohne Gurt gefahren, sondern auch da wurde nachgerüstet. Vielleicht kann man da mal sagen, weil diese Sicherheitseinrichtungen auch nicht ewig halten. Was muss man damit bringen? Also letztendlich erstmal gehen wir ans Fahrzeug. Jedes Fahrzeug muss ein Käfig haben. Es gibt auch Kategorien, wo ein Bügel reicht, aber das empfehle ich keinem. Also definitiv Käfig. Es gibt zweierlei Arten von Käfigen. Das eine ist ein Eigenbaukäfig. Den kann man selber schweißen. Da gibt es aber andere Bestimmungen. Da muss man mehr Rohre verarbeiten und man muss dickeres Material verarbeiten. Und es gibt sogenannte zertifizierte Käfige. Das sind Käfighersteller, die ein Zertifikat vom DMSB haben und die Erlaubnis haben, im Prinzip zertifizierte Käfige zu bauen. Das hat den Vorteil, ich habe Bestandsschutz. Das heißt, wenn ich einmal einen zertifizierten Käfig verbaut habe und ein Zertifikat über diesen Käfig habe, kann ich mit diesem Käfig auch in 20 Jahren, 30 Jahren fahren. Da muss ich nichts mehr ändern. Der Käfig altert nicht. Der Käfig altert nicht. Okay. Und ich habe ein paar Rohre weniger. Ich kann den etwas schmaler bauen und ich kann den etwas leichter bauen. Aber die werden heute so ausgestattet, die Käfige, dass sie unter uns... Wir haben ja natürlich schon mal Unfälle gehabt und wirklich, also das hält. Also das ist wirklich toll. Und bei den Eigenbaukäfigen gibt es halt eben ein bisschen andere Bestimmungen. Man kann es selber machen, aber dann gibt es halt eben auch schon mal neue Vorschriften und die muss man dann wieder anpassen. Also einen Eigenbaukäfigen muss ich immer wieder modernisieren oder muss ich immer den neuen Bestimmungen anpassen und den zertifizierten Käfig, den habe ich einmal und behalte ihn. Okay. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich immer aussprechen kann. Immer zertifizierter Käfig. Das ist also Punkt 1. Punkt 2 ist Schalensitz. Schalensitze, je nachdem, wie die Rennserie aufgebaut ist, auch national oder international, habe ich entweder eine 5-Jahres-Gültigkeit oder eine 10-Jahre-Gültigkeit. Das Gleiche gilt für die Kurte. 6-Punkt-Kurte ist Pflicht. Dann Feuerlöscher. Dann kommt der Helm. Der hat bestimmte Normen und dann hat er eine bestimmte Lebensdauer. Und die haben immer Handsystem, oder? Nein. Also im historischen Motorsport ist Handsystem nur empfohlen, nicht vorgeschrieben. Das muss jeder für sich entscheiden. Handsystem ist sicherlich vorteilhaft und sollte man auch verwenden. Diese Kopfstütze. Genau. Es ist bei einem frontalen Unfall einfach unverzichtbar, weil er einfach das Rückhalt, es ist ein Rückhaltesystem für Kopf. Dann gibt es natürlich auch Schalensitze mit den Ohren seitlich. Die kann ich auch nur empfehlen. Muss nicht sein, aber ist zu empfehlen. Das ist das Hauptthema, was das Thema Sicherheit anbelangt. Also wenn du einen aktuellen Formel-1-Fahrer hast, wenn man sieht, was die an Kopf- und Nackentraining machen mit Gewichten, wo sie den Kopf hin und her drücken. Gut, die haben jetzt. Ich glaube, die könnten einen Seitencrash in einem historischen Auto auch ohne Handsystem unterstützen. Unsereins, die den ganzen Tag am Computersitzen mit dem Kopf vor dem Laptop hin und her wackeln, sollten vielleicht wirklich jede Sicherheit nutzen. Ja, also das ist voll der Kopf. Wie gesagt, im historischen Motorsport ist das noch jedem selber überlassen, wie weit er geht. Aber ich will es ja behaupten, dass die meisten schon selber auf ihre Sicherheit achten. Und wie gesagt, wir haben auch wenig, wenig, also wenig Fälle. Wir haben auch schon mal einen schweren Unfall gehabt, an den ich mich gut erinnern kann. Aber Gott sei Dank ist da auch nicht viel passiert. Kniescheibe gebrochen, aber das war es dann auch Gott sei Dank nach zwei Tagen wieder aus dem Krankenhaus. Das war der einzige wirklich schwere Fall, den ich nicht mehr erinnern kann. Ansonsten haben wir eigentlich wenig. Und das ist ja das Gute am historischen Motorsport. Es ist privat bezahlter Motorsport und nicht werksunterstützt oder von irgendwelchen großen Firmen. Und wenn ich einen Unfall habe oder wenn ich irgendwas riskiere, riskiere ich mein privates Geld dabei. Gibt es das eigentlich, dass man sponsern kann? Oder habt ihr Fahrer, die Sponsoren da haben? Oder ist das, das geht tatsächlich. Also kannst du die Autos auch vollkleben mit Aktuellen. Ja, also wir achten schon ein bisschen auf Historie. Also wir achten auf historische Korrektheit der Fahrzeuge. Also ich habe das sehr gerne und es wird nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen strenge Regeln dafür geben. Aber... Da lacht sich der Baunach mit seinem Variant-Creme immer tot. Der hat aber das historische Auto und immer noch die Heizungsfirma. Ach so. Ja, natürlich. Das passt natürlich. Weiland, genau. Ich habe dir ein Jägermeisterauto gerade gekauft. Das würde auch gut passen. Natürlich. Weiland ist damals schon sehr hinschuldig. Er ist schon Sponsor des Fahrzeugs gewesen und natürlich kann er so fahren und dient gerne so fahren. Und er nimmt auch die Firma. Das meine ich so. Der hat natürlich das große Kloß gezogen. Natürlich. Das ist richtig. Also klar. Und Zigarettenwerbung ist auch im historischen Motorsport erlaubt. Geht das noch? Ich sage jetzt einfach mal ja. Ach, natürlich. Ja, klar. Und auch Jägermeister dürfte ja heute auch nicht mehr werben. Also die alten Sachen haben Bestandsschutz. Das ist ja ganz interessant. Vielleicht kann man nochmal die Zigarettenhersteller abtreten und ein kleines E in Klammern hinten dran machen. Richtig. Soll ich es abkratzen? Wenn ich es dran lasse, soll ich es dir die Reifen zahlen? Aber wenn man sieht, was damals alles gesponsert wurde und im modernen Motorsport wird ja auch heute noch stark gesponsert. Im historischen haben wir Gott sei Dank sehr treue Sponsoren. Also auch wir können unsere Sendenserien eigentlich kaum wirklich finanziell durchziehen ohne Sponsoren. Das geht nicht. Also ich müsste fast die Startgelder verdoppeln, wenn wir keine Sponsoren hätten. Was kostet denn jetzt dank der Sponsoren so ein Rennwochenende eigentlich? Rennwochenende, genau. Im Detail kann ich nicht wirklich was sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Nach Auto und allem. Ob jetzt jemand erstmal die Fahrzeugkategorie, dann ob er eigene Mechaniker mit dabei hat oder ob er sich irgendwo einmacht. Es gibt alle möglichen Varianten. Ich kann ein Auto mieten und habe mit nichts was am Hut. Das heißt, ich zahle einen Obolus am Wochenende und fahre entweder alleine auf einem Auto, auf einem Mietauto oder mit einem anderen Fahrer zusammen. Historische Autos kann man auch mieten. Ja. Dann gibt es Fahrer, die aber auch ihren Platz teilen mit anderen Fahrern, die sie aber meistens im Freundeskreis finden, weil das ist schon eine Vertrauenssache. Eben, also das selber Motor überdrehen ist auch schnell möglich. Also muss das Leistungspotenzial ungefähr gleich sein. Es nützt nichts, jetzt mit jemandem zu fahren, der 30 Sekunden langsamer ist und natürlich brauche ich einen zweiten Fahrer, der auf das Material achtet und nicht das Auto schlachtet. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich mich da auf jemanden verlasse. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Konstellationen. Was die Nenngelder anbelangt, haben wir einmal eine Einschreibegebühr, eine Jahreseinschreibegebühr. Die liegt bei 490 Euro pro Fahrer. Wird nächstes Jahr subventioniert durch die FHR, da sind wir dann bei 390 Euro. Und mit dieser Einschreibegebühr habe ich einmal das Recht, an der Meisterschaft teilzunehmen. Das heißt, nur wenn ich eingeschrieben bin, fahre ich auch in Punkte und in Meisterschaftspunkte und ich habe ein reduziertes Startgeld. Das heißt, die Gaststarter zahlen immer zwischen 115 und 200 Euro mehr pro Rennen und fahren dann nur als Start, wie gesagt, nicht meisterschaftsberechtigt und zahlen dann auch einen Obelus mehr. Und die, die eingeschrieben sind, die zahlen dann 150 bis 200 Euro weniger pro Rennen. und die Nenngebühren, die belaufen sich auf 590 in der HTGT, je nachdem, wo wir fahren, möchte ich nächstes Jahr die Preise so bei 590 bis 650 Euro haben. Und in der Langstrecke geht das dann hoch, also je nach Rennstrecke. Spar zum Beispiel sehr teuer. Und dann kommt es auf die Renndauer an, ob ich zwei Stunden fahre oder drei Stunden fahre oder vielleicht einmal vier Stunden. Aber in der Regel liegt das irgendwo bei 1100 bis 1300, 1400 Euro, die Langstrecke. Was, wenn man es international betrachtet, super günstig ist, aber es ist natürlich auch trotz allem teuer. Und damit auch viele Fahrer kommen, haben wir jetzt natürlich versucht, möglichst bei großen Veranstaltungen mit dabei zu sein. Macht einen Riesenspaß. Hat einen Nachteil. Die großen Veranstaltungen gehen über drei Tage. Das heißt, der Fahrer muss auch vier Tage Zeit haben. Ach so, okay. Oder mindestens drei Tage Zeit haben. Das haben wir bei den sogenannten Fahrerveranstaltungen, die also ohne, also mit ganz wenig Publikum stattfinden, haben wir das nicht. Da kann ich auch eine Rennserie mal einen Tag durchziehen, also morgens Training, nachmittags Rennen oder an zwei Tagen, dass ich sage, Samstag zwei Training, Sonntag ein Rennen. Das ist natürlich auch entspannter für den Fahrer. Also wir haben beides im Programm sozusagen, aber beliebt sind natürlich die großen Veranstaltungen. Und man muss keine Meisterschaft mitfahren. Man kann jetzt auch sagen, ich möchte nur bei Wohltamer-Bombrit das eine Rennen mitfahren. Genau. Guck mal mit seinem Magen dahin, wie fährt das. Das ist ein Gastfahrer und mietet sich ein Auto, holt ein eigenes Auto oder was auch immer. Oder man möchte einfach nur mal Nordschleife fahren. Also es gibt es ja auch, dass einige sagen, also mich interessiert nur Nordschleife, alles andere interessiert mich nicht. Dann kommen sie nur zu Nordschleifen. Das geht und dann sind die Gastfahrer. Sehr gerne auch aus dem Ausland haben wir dann viele Fahrer und in der letzten Zeit immer mehr Anfragen aus dem Ausland, weil die ausländischen Nordschleife sehr, sehr teuer geworden sind und man festgestellt hat, dass man bei uns eigentlich den gleichen Spaßfaktor hat zum kleineren Preis und die Menschen, die bei uns fahren, das Ganze drumherum, also das Fahrerlageratmosphäre, alles ist einfach top. Herrlich, das stimmt. Sag mal eine Sache und da werde ich jetzt, wenn ich das nicht frage, kriege ich 10.000 Mails, was ist eigentlich mit historischem Motorradsport? Das ist für mich ein tolles Thema. Das liegt einfach daran, dass ich immer Motorrad gefahren bin und Motorräder liebe und am Berg gab es auch Motorrad fahren mit Beiwagen. Oder Beiwagen quasi. Halb Bohnhorst, den habe ich ja ganz am Anfang interviewt, der ist ja ein großer Motorrad-Beiwagenfahrer. Ich finde das toll und mir macht das Spaß. Ich finde Motorsport ist Motorsport und egal mit wie vielen Rädern, es gibt Menschen, die da anderer Meinung sind. Ich hatte mal eine Zeitschrift im historischen Motorsportbereich und da wurde ich also relativ schnell angerufen und wehe, du bringst mein Motorrad, dann kaufe ich die Zeitschrift nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, ich komme nicht dahinter. Wir hatten ja früher auch historische Rennveranstaltungen, wo Motorräder gefahren sind. Ich weiß noch, ganz am Anfang, Ruhlte haben wir in den 90ern, sind historische Motorräder gefahren. Also das einzige Erklärung, die ich jetzt so habe und das ist eine Platte Erklärung, das ist Geld. Im Motorrad-Rennsport gibt man nicht so viel Geld aus. Das heißt, ich kann da kein Startgeld von 600, 700, 800 Euro nehmen oder 1000 Euro oder was auch immer. Das heißt, wenn ich an einer Rennsähe, die Motorrad-Sport betreibt, eine Streckenzeitdauer verkaufe, dann bekomme ich da nicht so viel Geld, als wenn ich Motorrad, also Automobilsport war. Und die Rennstrecken werden einfach jedes Jahr drei bis fünf Prozent teurer. Und wir sind da inzwischen in Minutenpreisen, da wird einem schwindelig bei. Also nur mal so, da kann ich Beispiele nennen. Also ich liege netto bei 160 bis 250 Euro die Minute. Pro Minute. Ja, netto. Und da kommen ja noch Bokale dazu, da kommt der Streckensprecher dazu, da kommt der TK dazu, da kommt der Race-Direktor, also wir haben einen eigenen Race-Direktor dazu. Das kommt doch alles on top. Und ich muss das kalkulieren und ich muss mindestens mit 30 Autos kommen, damit sich das in irgendeiner Form rechnet. Und wie gesagt, Motorrad, das ist wie mit Slalom oder Bergrennen. Ich kann bei Bergrennen auch keine 800 Euro nehmen. Ich weiß nicht, wie im Augenblick die Preise sind. Wir haben damals 40 D-Mach bezahlt. Das wird heute wahrscheinlich bei 200 Euro liegen. Aber das ist trotz allem noch, natürlich, ich muss keine Strecke mieten. Ich kann bei der Stadt, diese Bergstrecke, die dann berghofführt, die hole ich mir bei der Stadt. Klar, ich muss einen roten Kreuz haben, ich muss Peripherie haben, aber ich habe keine Streckengebühr. Und das ist natürlich dann eine ganz andere finanzielle Nummer. Rundstrecke ist einfach teuer und es wird teuer bleiben und wird auch teurer werden. Also das ist jetzt so eine Vermutung. Ich kriege ganz oft viele Anfragen. Ich bin, das muss ich jetzt leider mal zugeben, ich bin im Motorrad-Thema nicht so firm. Ich kenne weder die Typenbezeichnungen noch kenne ich alte Fahrer oder nicht. Klar, Toni Mang und was weiß ich. Das ist mir durchaus auch schon mal über den Weg gelaufen, der Name. Aber ich kriege extrem viele Anfragen auch zu Motorrädern und dann sage ich immer, dann merkt man schnell, dass ich auf Glatteis unterwegs bin. Aber gerade im historischen Sport finde ich so eine Motorrad-Serie eigentlich mal so als Auflockerung, könnte man das mal machen und vielleicht ist das auch eine Idee mit dem AVD, dass man sagt, Mensch, wie ist es in der Mittagspause oder was, anstatt irgendwelche Laserläufe zu veranstalten. Ja, aber da könnte man auch mal ruhig einen Rennmotorrad sehen. Das finde ich auch interessant. Also ich habe da überhaupt nichts gegen. Ganz im Gegenteil, ich liebe Motorräder und natürlich Oldtimer Grand Prix und Laserläufe und irgendwelche Demofahrten von Autoherstellern, es ist dem auch geschuldet, dass sowas finanziert werden muss. Absolut. Das finde ich auch okay, natürlich. Und ich bin froh, um jeden Veranstalter, der heute den Mut hat, eine Rennveranstaltung zu organisieren und zu betreiben. Das Risiko ist einfach wirklich groß. Also wenn man kalkuliert auf eine bestimmte Basis und wenn dann auch nur irgendwo was fehlt, ein Rädchen ausfällt oder jetzt mit Corona, wo wir in ganz schwierige Zeiten geschlittert sind, wo dann Sponsoren von heute auf morgen wegfallen, wo Fahrer wegfallen, weil manche Fahrer auch Angst bekommen haben. Klar, kann man auch alles verstehen. Oder auch Fahrer, die gesagt haben, also entweder habe ich Fahrerlager und ich kann meine Kumpels umarmen oder ich habe es nicht. Dann habe ich einfach keine Fahrerlager. Romantik, die ich mir so vorstelle. Natürlich auf Siegerehrung. Alles hat sich ja da in der Zeit gewandelt. Ja, schon ein tristes Jahr. Also wir haben halt wirklich witzige Erbungen gemacht, so da stehen die Pokale und nimm dir einen weg. Ist nicht das, was wir wollen. Aber ihr plant für 2021 grob, also schon mal die normalen Rennserien, aber es gibt ja auch. Also ich sage oder ich habe gesagt, wir müssen ganz normal planen. Wir planen alle Rennen, so wie wir es auch sonst tun. Fangen wir im April an mit Preis der Stadt Stuttgart, Bosch Hockenheim, Nürburgring Classic, 24 Stunden Classic, OGB. Das ist alles geplant, teilweise auch schon bestätigt. Jetzt haben natürlich auch die Veranstalter Planungsunsicherheit, weil sie wissen nicht, was ist mit den Sponsoren. Kommen sie, kommen sie nicht. Wie bauen wir die Veranstaltung auf? Haben wir Zuschauer? Die Zuschauergelder sind ja auch elementar. Wir haben ja drei Säulen. Wir haben die Nenngelder, wir haben die Zuschauer und wir haben die Sponsoren. Und auf diesen drei Säulen baut die Finanzierung auf und wenn eine Säule wegfällt, dann habe ich ein Problem. Und natürlich, also ich hoffe, dass auch nächstes Jahr die Industrie wieder soweit ist und bereit ist, den Motorsport zu unterstützen. Glaubst du nicht, dass du in 30 Jahren irgendwas organisierst für die aktuellen Autos? Historisch Motorsport? Ich sage mal, das ist wie mit Mode. Irgendwann kommt ja irgendwas wieder. Irgendwann hat die Schlaghosen früher und 30 Jahre später kommt die Schlaghose wieder. Ich glaube, dass alles ein Ende hat. Also nicht der historische Motorsport, der hat hoffentlich kein Ende. Wir haben aber, wenn wir jetzt wirklich von historischem Motorsport sprechen, haben wir Vergaser, vielleicht noch einfache mechanische Einspritzanlagen. Wir haben eine Technik, die beherrschbar ist und die, glaube ich, auch in 30 Jahren noch beherrschbar ist. Auch manche Menschen sterben leider weg, die diese Technik beherrschen, aber es ist nichts, was man nicht weitergeben kann. Also ich glaube, dass diese ganze mechanische Motoren doch auch ihre Daseinsberechtigung auch in 30 Jahren haben und dass wir auch in 30 Jahren Werkstätten finden, die das reparieren können. Also ich bin jetzt gerade so am Schwanken. Also wenn wir jetzt so in die 80er, 90er Jahre gehen, wo wir schon voll elektronische Anlagen haben, wo wir schon sehr viel Computertechnik in den Autos haben. Also ich habe so Beispiele aus dem moderneren Sport, wo man heute schon alte Notebooks sammeln muss, damit man noch diese Schnittstelle hat. Ich habe es bei BMW Classic stehen. Ja, ja, ja. Ich habe bei eBay alte Computer gekauft, damit sie ihr Windows da drauf spielen können. Ja, und da braucht man diese alten Notebooks und die alten Programme. Und ich habe Olaf Mantei bei uns am Track, der gesehen an der Porsche, der hatte das auch noch. Der hat das noch und der konnte mit dieser Software auch umgehen und der konnte das dann auch direkt live entsprechend umändern. Und das hat der persönlich gemacht. Ganz toll. Also das kriegt man auch nur im klassischen Motorsport mit. Aber die Technik geht weiter und wir können heute diese, ich sage mal, sperr zu händelnde Digitronik oder L-Gitronik oder was es da alles gibt, die kann man heute austauschen. Es gibt heute frei programmierbare Anlagen. Da kann ich meine Sensoren anschließen und kann im Prinzip auf der grünen Wiese das komplett neu entwickeln und machen. Und daher denke ich, dass auch der jetzt moderne Motorsport im 30-Jahr natürlich klassisch ist, auch noch betrieben werden kann. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass wir das, was wir heute an frei programmierbaren Anlagen haben, wird in 30 Jahren ja auch weiterentwickelt werden. Ja, klar. Und ich glaube, dass wir da mit Plug and Play sogar was haben, wo wir auch heute moderne Autos später noch händeln können. Aber so wie es im Oldtimer-Bereich ist, im normalen Oldtimer-Bereich ist, Autos, die wir vor 30, 40 Jahren hatten, sind heute Einzelstücke. Also weil sie damals auch in geringen Stückzahlen gebaut wurden. Wenn ich ein Golf 1 nehme, dann war das ja schon erste Massenproduktion. Aber heute relativ selten, weil er auch relativ schnell verschrautet wurde. Habe ich aber heute einen Golf 6 oder einen Golf 7, dann ist das in dermaßen großen Massen Stückzahlen hergestellt worden. Das ist in 30 Jahren auch nichts Besonderes. Aber ein Golf 1 in 30 Jahren, das ist was Besonderes. Ein Porsche ST, ein F-Modell, ein G-Modell ist in 30 Jahren immer noch sein Geld wert. Und je weiter ich in die Zukunft gehe oder in die heutige Zeit gehe, umso mehr Massenprodukte habe ich und umso weniger wird es später wert sein. Und man muss ja auch mal die Variantenvielfalt heute sehen. Die Autoindustrie muss ja heute, glaube ich, nur 10 oder 15 Jahre überhaupt Ersatzteile zur Verfügung stellen. Und wenn ich sehe, dass egal welcher große Hersteller jährlich zielverschiedene Modelle, man kommt ja gar nicht mehr mit. Und das kann ich ja gar nicht vorrätig halten. Ich kann die Dekot flügeln. Also natürlich wird es auch später wieder eine Szene geben. Aber wir müssen mal gucken, wie sich die ganze Verkehrspolitik und E-Mobilität und alles sich weiterentwickelt. Und es wird aber immer einen Motorsport geben. Davon bin ich überzeugt, egal in welcher Richtung. Und ich bin auch der Meinung, es wird immer einen historischen Motorsport geben, weil einfach diese Autos Unikate sind. Also wenn ich heute hinter einem Auto herfache, ich weiß wirklich nicht mehr, was das für ein Typ Auto ist. Die Rücklichter sind alle gleich. Es ist alles auszeichnend. Früher bin ich hinter dem Auto hergefahren. Ich wusste, das ist ein Mercedes, das ist ein Porsche, das ist ein Opel. Das sind sogar unterschiedlich gebrochen, was da hinten rauskam. Ja, da gab es aber damals spezielle Höhle. Aber sie hatten Charakter, die Autos. Und es gibt heute wunderschöne Autos, gar keine Frage, aber der Charakter fehlt mir. Wo du gerade so etwas gesagt hattest mit dem Einspritzsystem, Kage, Tonic oder was, dass man das vielleicht aus der Blackbox machen kann. Thema Originalität. Wenn man bei dir mitfahren will, also LED-Scheinwerfer, ist das okay, oder? Ja, cool. Schönes Thema. Aber du bist die Scheinwerfer, das ist jetzt mal so. Aber ja, wir haben Langstreckenrennen, die auch in die Nacht reingehen oder in die Dunkelheit hineingehen. Natürlich ist das Licht da ein Thema. Und natürlich ist LED nicht wirklich erwünscht. Ich habe es bis jetzt immer geduldet, weil ich finde, die Sicherheit geht vor. Und es kommt jetzt darauf an, wie man die LED einsetzt. Wenn ich oben einen riesen LED-Lampenbaum habe und ich fahre hinter einem und ich blende den, macht das einfach keinen Sinn. Wenn ich aber sehe, dass die Leute mit dem LED-Licht vernünftig umgehen, auch Fernlicht abschalten und Fernlicht nur dann anschalten, wenn sie an einem Auto vorbeigefahren sind, ist das eigentlich kein Problem. Aber historisch korrekt und wenn man nach reinem Reglement geht, das muss ich auch verdrehen. fährt man natürlich ganz normal mit H4-Licht. Punkt, aus, Ende. Also es ist tatsächlich Anankar heißt, es muss ein traditionelles Auto sein. Um Anankar ganz kurz zu erklären, ist alles erlaubt, wie es damals in der Periode des Fahrzeuges erlaubt war. Das heißt, wenn ich ein 71er Auto habe und das heute betreiben möchte, dann muss ich mir angucken, wie ist dieses Auto 1971 auf der Rennstrecke gefahren. Das ist ganz einfach. Also so wie das Auto damals gefahren ist, darf ich es heute fahren. Und keine Interpretation rechts und links daneben. Das wird nämlich sehr gerne gemacht. Weil wir einfach heute mehr Möglichkeiten haben. Aber letztendlich, Anankar sagt, das Auto ist so damals gefahren und fährt auch heute. Was wird heute so gemacht? Natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber die Zündkerze von damals, die habe ich heute auch nicht mehr. Das Öl von damals habe ich heute auch nicht mehr. Die Reifen von damals habe ich heute auch nicht mehr. Den Kalkriemen habe ich auch nicht mehr. Und das gleiche von den Kohlflügeln, da musste ich jetzt Kohlefaser nehmen. Dann kommt der nicht ein Tier mit seinem Magneten. Nein, nein. Es gibt tatsächlich Baumeier, wo die Kunststoffkohlflügel erlaubt sind. Also zum Beispiel bis 1971, 1972 waren sie auf einmal nicht mehr homologiert. Also es gibt zu jedem Auto, von jedem Hersteller ein Homologationsblatt. In diesem Homologationsblatt, so hat damals die Herstellerfirma das Auto bei der 4 angemeldet. Da gibt es ein Homologationsblatt, da gibt es Bilder dazu, da gibt es Beschreibungen, wie groß die Ventile waren, wie groß die Zylinder waren, die Bremsanlage, wie groß Scheibendurchmesser und so weiter. Wird alles in diesem Homologationsblatt beschrieben. Und jeder, der ein Auto aufbaut, kann dieses Homologationsblatt bei der 4 runterladen. Und teilweise gibt es auch zu einem Fahrzeugtyp verschiedene Homologationsblätter. Da muss man sich das Richtige aussuchen. Und da wird es eigentlich sehr genau beschrieben. Und der anderen K. sagt im Prinzip nichts anderes als, bitte halte dich an diese Homologation mit ein paar Freiräumen. Natürlich gab es damals auch Toleranzen. Und diese Toleranzen stehen auch im anderen K. drin. Anderen K., wie gesagt, ist vom DMSB oder von der FIA ein Reglement, was international aufgesetzt ist. Und dazu gibt es ein Büchlein vom DMSB, das kann man sich holen, das ist alles auf Deutsch. Und da steht der gesamte Anderen K. beschrieben drin. Welche Reifen, welche Reifengrößen, welche Felgengrößen und so weiter. Welche Gewichte, aber es gibt auch ein Homologationsgewicht, also das ist entscheidend. Aber im Prinzip ganz einfach, Auto, so wie damals, wird heute auch so aufgebaut und fertig. Jetzt ist Teile nicht, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, muss das Teil im Prinzip produziert werden, zur FIA geschickt werden, die FIA machen einen Stempel drauf und sagen, so ist das Teil richtig und so darf es eingesetzt werden. Das Problem ist, ich kann schlecht in den Motor gucken, ich kann schlecht Teile im Motor prüfen, ob jetzt Titan-Teile verwendet worden sind oder Magnesium oder was auch immer. Das führt natürlich manchmal zu Irritationen einzelner Fahrer, weil vielleicht der eine oder andere mal schneller ist. Es liegt auch oft am Fahrer oder ja, es liegt auch am Fahrer. Natürlich gibt es schnelle Fahrer und weniger. Das ist auch vollkommen korrekt und vollkommen okay. Das muss es ja auch geben, sonst gäbe es keinen ersten, keinen zweiten, keinen dritten und keinen letzten. Aber das Material sollte natürlich bei allen einigermaßen gleich sein. Hast du da mal wilde Auswüchse erlebt? Ja, so richtig erlebt nicht, aber ich weiß, wie wir die deutsche Meisterschaft eingeführt haben und Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir sie eingeführt, weil da hat der DSB natürlich auch ein bisschen mitgeguckt und wir haben dann auch angefangen, unsere TKs anzuweisen, Untersuchungen vorzunehmen. Nicht wirklich im richtig großen Detail, aber wenigstens die rudimentären Sachen, dass wir die immer untersuchen, das machen wir jährlich. Die Autos bekommen einen Aufkleber, wenn sie abgenommen sind. Untersuchen können wir heute das Gewicht, das ist gar keine, wir können Benzinbrüche nehmen, haben wir auch schon gemacht, wir können die Höhe nehmen, wir können die Fahrwerke untersuchen. Also ich habe auch schon mal ein hochmodernes Fahrwerk ausbauen lassen. Derjenige hatte das alte sogar dabei, also er wusste, was er macht, aber sowas gehört auch dazu und es gehört zu unserer Aufgabe, das im Vorfeld zu ermitteln und zu erkunden, bevor es zu einem Protest kommt. Also ich möchte immer im Prinzip im Internen meine Proteste führen, das heißt, wenn ich etwas sehe, gehe ich zu meinem TK, sage, guck mal bitte nach, ich glaube, da stimmt was nicht, dann macht er das intern und wenn der Fehler tatsächlich so ist und das nicht homologiert war, ja, dann reden wir miteinander und dann fährt er entweder als Gast und wird nicht gewertet oder er muss das Teil austauschen oder beim nächsten, kommt immer darauf an, wie schwer der Fehler ist oder wie leistungssteigernd der Fehler ist und da muss man ein bisschen Feingefühl haben, die Leute fahren ja wirklich just for fun und es gibt auch schon mal Fehlinterpretationen des Regelwerks, gar keine Frage, habe ich selber auch schon gehabt, wo ich dachte, das könnte ich so und so machen und entpuppte sich später als, nee, das darfst du nicht. Deswegen messen wir das Gewicht und deswegen messen wir die Höhe, weil das sind so zwei Performance-Geber, die wir schon mal wirklich ausmerzen können und das kann auch jeder korrigieren und dann gucken wir natürlich weiter, beliebter Geschichte ist elektronische Zündanlage, in gewissem Rahmen kann ich das auch verstehen und ich bin auch im Gespräch mit dem DMSB, da eine Neuregelung zu finden, weil die Kontakte waren früher deutsche Wertarbeit und heute kommt es aus China und nicht, dass die Chinesen nicht auch gute Sachen machen könnten, aber Wenn sie wollen, können sie es? Im Regelfall halten die Kontakte heute nicht mehr lange und wenn ich nach jedem Training die Kontakte tauschen muss, dann kriege ich als Fahrer und als Service-Dienstleister kriege ich ja irgendwann die Krise, ist ja auch blöd und kontaktlos zu fahren halte ich persönlich für legitim, nur ist es nicht immer erlaubt. Es gibt Fahrzeuge, die das hatten damals, aber es gibt halt eben welche auch nicht. Was dann aber schon mal übertrieben werden könnte, sind dann wirklich vollelektronische Zündanlagen und da hört der Spaß dann auf und das sehen wir auch inzwischen und natürlich muss das dann umgerüstet werden. Aber das sind so die Hauptmerkmale, zum Beispiel der Sport, also das Cockpit muss auch dem damaligen Stand entsprechen. Also die Anzeigen tatsächlich. Kannst du nicht so ein mechanischer Drehzahlmesser ist mechanischer Drehzahlmesser und kein elektronischer Drehzahlmesser. Da muss man natürlich auch ein bisschen Feingefühl haben und ich sage immer, es muss definitiv klassisch aussehen und da haben wir schon Cockpits erlebt, also die mussten umgebaut werden, da ging es leider nicht mit vollelektronischen digitalen Anzeigen über dem Cockpit. Mit Schaltblitz. Ja, Schaltblitz finde ich ja aber darf ich nicht, aber ja, zum Beispiel elektronischer Drehzahlmesser ist auch nicht erlaubt. Kann ich aber verstehen. Kann ich voll verstehen. Ist auch kein, führt ja auch nicht zu einer anderen Leistung. Es gibt sogar Rennserien im Ausland, die das vorschreiben, den Drehzahlmesser oder den Drehzahlbegrenzer, damit der Leistungswuchs nicht weitergeht. Ja, beim Thema Titanteilen im Motor und auf einmal kannst du 2.000 mehr drehen. Im Prinzip geht man hin und sagt so, das Auto konnte damals nur 8.000 drehen, darfst du auch heute nur 8.000 drehen. Okay, das ist ja schlau. Gibt es elektronische Drehzahlbegrenzer, ist laut Regelmord nicht erlaubt. Im Ausland wird es geduldet oder wird es erlaubt und wird gemacht, aber nach Lautregelmord darf ich keine elektronischen Drehzahlbegrenzer einbauen und auch keine elektronischen Drehzahlmesser, wenn sie nicht damals homologiert waren. Also so ist im Prinzip das Regelwerk für mich ist immer wichtig, dass alle Fahrzeuge dem Leistungsstand entsprechen, die sie auch damals hatten. Das heißt, dass nicht aus dem 2-Liter-Motor ein 3-Liter-Motor wird oder aus Erzähl bitte von einem Protestfall. Protest, Entschuldige, das kann ich nicht erzählen. Nein, das kann ich nicht erzählen, weil da weiß sofort jeder, worum es geht. Also wenn einer protestiert, der selber weiß, dass er gefuddelt hat und den anderen raus protestiert, weil er sich sagt, der kann mich nicht überholen. Ja, das sind natürlich auch spezielle Spaßsachen, die schon mal passieren. Aber wie gesagt, wir versuchen ja, die internen, die Prozesse erst gar nicht aufkommen zu lassen, sondern sie vorher intern zu lösen. Und wenn ich merke, an den runden Zeiten, dass ein Auto über die Jahre auf einmal viel zu schnell geworden ist, dann muss man einfach mal reden. Dann muss man miteinander reden und dann geht das auch. Ja, erst mal einfach einen Finger brechen und dann gucken, ob er es zugibt. Ja, das machen wir nicht mehr. Aber letztendlich, ja, Punkt. Das wildeste Auto, was letztes Jahr in deinen Serien so gefahren ist, wo du mit drehen der Ergriffen weiter vorstand, ist mal ein 250 GTO mitgefahren? Ja, aber ist viele Zeit her ist tatsächlich mal mitgefahren. oder ein GTO, ein Fahrrad GTO ist auch mal mitgefahren. Lola T290, T212, das sind alles Autos, die tolle Autos sind. Aston Martin ist bei uns schon mitgefahren. Boah, ja, der eine, wie heißt er? Ein DB, ich meine ein DB. Mensch, ich weiß auch nicht, das ist ein ganz spezielles Ding. Ich habe den fotografiert und nach ein paar Runden Nordschleife hat er hinten den ganzen Kotflügel eingedellt. Genau. Ich habe gedacht, boah, die Runde war teuer. Ja, aber der ist wild gefahren und der konnte fahren und tolles Auto, tolle Fahrer. Das ist schon der. Die sind die Kröne, ne? Ja, genau der. Da stelle ich ein Foto ins Internet. Da habe ich, also Fotos mit und ohne Beule. Das ist ein fantastisches Auto, aber der Fahrer, der scheint das Geld zu haben, auch den einen oder anderen Unfallfaktor. Ich weiß es nicht, aber das Ding habe ich schon öfter mal angebeult gesehen und denke, Mensch, das ist keine Nachfolge, das kostet Geld. In der Gentle 3 was Trophy haben wir ganz, ganz tolle Autos. Von Bauher 47 haben wir jetzt keinen, aber aus den 50er Jahren bis in 65 mit Ford GT40, mit AC Cobra, mit Lotus und Lolas und Tourenwagen dabei und auch Turner, also Automarken, die ich vorher auch noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört habe. Mit Morgan, da ist eine, da eine Marken, und das ist ja das, was den historischen Sportler ausmacht, die Markenvielfalt. Ja, mit was für Ehrgeiz Leute Einzelstücke am Leben halten. Ja, auch toll, also auch schnell oder TVR, also da gibt es wirklich tolle Autos und diese Markenvielfalt, gerade im noch älteren, also in dieser AGDT bis 65, da ist die Vielfalt einfach größer und wenn man das sieht und die Leute fahren dann auch, weil sie ein seltenes Auto fahren wollen oder was nicht überall zu sehen ist und die haben Spaß, die haben einfach Spaß am Fahren und da kommt es nachher gar nicht mehr auf den Gesamtsieg oder so an. Und das ist ja mit solchen Autos ist ja das Tolle, man fährt mit, man beglückt das Publikum, man hat selber seinen Spaß am Fahren, weil es einen eigenen Charakter hat. Wenn du mit einem Porsche hinterher fährst, dann bist du der Loser. Wenn du mit so einem hinterher fährst, sagen die Leute, ist das sympathisch, das ist sehr gut. Ja, aber 2 Liter Porsche fährt auch mit und das ist auch schon richtig toll. Also die 2 Liter Porsche ist auch richtig gut. Im Porsche weißt du, der Wagen ist einfach gut und du musst aber schnell sein. Wenn ich dann in die harte GT oder in die Langstrecke gehe, dann habe ich auch ganz tolle Autos, auch teilweise die Leute, die in der AG GT, also bis 65 fahren und die mit 65er Autos dann auch nochmal Langstrecke fahren und das fällt auch richtig schön aufmischen. Habe ich natürlich in den Baujahren 65 bis 71, habe ich nicht mehr diese Markenvielfalt. Ich habe Markenvielfalt und das richtig Schöne, aber nicht mehr so viel, weil man sich da schon auf die Hersteller BMW, Porsche, Ford im Prinzip konzentriert. Ein paar Hände, wie ja mal ein Ami oder sowas. Ja, natürlich. Die Ami ist immer stärker und das ist mir auch aufgefallen. Und dann hat diese Trends-M-Geschichte eingeführt. Das sind V8-Motoren modifizierte Autos, die dann auch mit großvolumigen Autos fahren, die auch am Fahrwerk schon ein bisschen was modifizieren können und auch das Gewicht ein bisschen runterkriegen können. Und ja, das fing an mit gelber Mustang, der bei uns mit fuhr. Also richtig auch im Gesamtsieg mit fuhr. Und dann hat sich die Selle da so schon aufgelockert. Und man kann da noch, ich sag mal, für günstiges Geld kann man da wirklich tolle Autos erwerben, die schnell sind und richtig Laune machen. Und ich hab selber so ein Auto und muss sagen, ich bin vorher Porsche gefahren. Das war schon eine Sensation und hat Spaß gemacht. Aber mit so einem, ich hab ein Plymouth-Baracuda, ist ein ganz anderes Fahren. Das ist ein ganz anderes Auto, ne? Gibt's irgendeinen, wenn du einen Wunsch frei hättest für deine Rennserien, was, gut, Nachwuchs natürlich, aber gibt's irgendwelche Autoklassen oder irgendwelche Autos, wo du sagst, Mensch, das müsste man auch mal im historischen Motorsport auf die Rennstrecke bringen? Also ich meine, ich hab noch geguckt, die wollen ein Tropic an schon bis 93 fahren, das ist ja schon sehr neun. Wir sind ja jetzt schon mit unseren Serien, haben wir schon eine verdammt große Bandbreite, ist auch wichtig, weil wenn wir Großveranstaltungen haben, haben wir Fahrer, die wollen Spaß haben am Wochenende, wollen möglichst viele Rennen fahren, viele Rennserien fahren. Deswegen bauen die Serien auch aufeinander auf und oft kann ich mit einem Auto auch in drei Serien fahren und das macht den Leuten, das ist das, was den Leuten Spaß macht und was das ausmacht, weil es gibt welche, die kriegen einfach nicht genug, also es ist unglaublich. Wenn ich Leute sehe, die ein Zwei-Stunden-Rennen fahren, aussteigen, Training, ein-Stunden-Rennen fahren, danach das Ein-Stunden-Rennen fahren oder noch ein anderes, also es ist schon irre, also da braucht man wirklich Konditionen fahren. Wir haben uns überlegt, nächstes Jahr eine Rennserie aufzubauen, die heißt Group C Classic, also für Gruppe C Autos. Das ist natürlich schon richtig upper class, da gibt es aber auch kleinere Gruppe C Autos, also Gruppe C1, C2, C3 und CN. CN ist schon bezahlbarer Motorsport. Wir überlegen auch noch andere Kategorien damit reinzunehmen, aber so in der Größenordnung oder in dieser groben Richtung wird es gehen. Problem ist, Reglement, DMSB, 4. Diese Autos können zum Großteil nicht mit Kat fahren und da die alle nach 90 sind, anderen K, geht nur bis 1990. Und im anderen Car kann ich ohne Kat fahren und habe noch ein paar andere Merkmale, die nur im historischen Motorsport möglich sind und die Autos können auch nicht mit Kat fahren, das geht teilweise nicht. Und ab 90 hat man gesagt, haben wir auf jeden Fall Kat. Es gibt aber Gruppe C Autos, die können definitiv, also wenn man jetzt mal an so ein Mercedes denkt mit Sidepipe, geht kein Kat rein. Es gibt Autos, die können damit einfach nicht fahren und gerade in der Gruppe C sehr verbreitet, dass es eigentlich nicht geht. Also müssen wir ein Reglement schaffen, was nach 90 ist, also im Prinzip einen modernen anderen Car, wo wir ein Regelwerk haben wie einen Wagenpass, also nicht ein HTP, ein historisches Technikpasswort wie im anderen Car, also das Ding ist 26 Seiten. Und im moderneren Motorsport, also wenn wir in diesen Youngtimer-Sport gehen, haben wir im Prinzip nur einen Öklau-Versport-Seite. Also ab 1990 hätten wir auch für diese, ich nenne mal Supersport-Cars die Möglichkeit, einen Wagenpass zu beantragen, aber Pflichtwerk hat. Und wir versuchen gerade in Zusammenarbeit mit dem DSB hier eine Regelung zu finden, wie wir das anders gestalten können. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir nächstes Jahr die Gruppe C hoffentlich ins Leben rufen können. Also das ist ein sauberer Beispiel. Also das ist ja einfach die werden ja auch keine zehn Rennen fahren und die fahren kleinere Rennen. Also da geht es ja auch nicht um ein Stundenrennen oder zwei Stundenrennen, sondern es geht wirklich auch mehr um die Show als ums Rennen. Und im Ausland, so jetzt vorgemacht, da wird Rennen gefahren mit diesen Autos, weil die einfach auch andere Bestimmungen haben als wir. Und ja, jetzt versuche ich natürlich, das hier in Deutschland irgendwie auch so ein bisschen zu etablieren oder irgendwie zu versuchen, dass wir bereit sind, den historischen Motorsport auch ein bisschen anders zu fördern und auch einfacher zu machen. Aber das ist klar, es gibt Vorschriften und wir müssen uns daran halten und wenn ich es nicht durchkriege, dann können wir das halt eben so in der Form nicht machen. Dann müssen wir Demo fahren. Dann machen wir eine Petition. Ach, Demo fahren gehen. Das ist mal. Ah ja, okay. Das ist außerhalb der Reglements und letztendlich kannst du mit jedem Auto eine Demofahrt machen oder eine GLP. Es gibt da allerdings Sicherheitsvorschriften. Also Sicherheit geht vor, das muss dann auch sein. Aber alles andere ist dann nicht mehr relevant. Irre. Also ich drücke die Daumen, dass das klappt. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du kennst die? Die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke? Ja, Strecke ist relativ einfach. Nee, ist auch nicht einfach. Ja, stimmt. Man müsste jetzt eine Strecke haben. Es müsste ja irgendeine Strecke geben, wo man mit den 50 Kilometern auf zwei Strecken kommt. Ja, nein. Nürburgring liebe ich und ich liebe Spar. Ja. Aber was mir unglaublich imponiert hat, ist Sachsenring. Superstrecke. Motorradstrecke. Assen auch toll. Und jetzt mit den zwei Steilkurven Bombe. Also sich dazu entscheiden. Ich glaube, ich würde Spar nehmen. Also wenn ich entscheiden müsste, würde ich Spar nehmen, weil die vereint alles. Lange Strecke, bergauf, bergab. Also ich liebe diese Naturstrecken. Sonst würde ich Nordschleife nehmen, aber mit den 50 Liter kommen wir umsoweit. Ja, und welches Auto? Das ist jetzt, das ist jetzt, hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Ich muss sagen, mein blimmes Barracuda. Was verbraucht er? Ja, es geht. Im Prinzip, ja, alle Rennfahrzeuge verbrauchen schon, aber 60 Liter, ja, 60 Liter. Wir werden auch nur unter Volllast gefahren und ehrlich gesagt, ein modernes SUV. Auf Stunde, nicht auf 100, sondern auf Stunde. Ach so, wir rechnen ja mal Stunden. Also ein modernes SUV, der die ganze Zeit mit durchgetriebenem Gas fährt. Klar, nein, gar keine Frage. Das ist auch nicht ganz sauber alles. Michael Thier, jetzt erzähl doch mal, wenn man neugierig geworden ist, deine Webadresse ist? Ach so, FHR findet man unter www.fhr-race.de. Dort sind alle Rennserien vertreten, bis auf die Tour und Wagen Classics. Sie hat eine eigene Internetseite, die jetzt im Neuaufbau ist. Nennt sich tour-und-wagen-classics.com So, haben wir alle. Nächstes Jahr freuen wir uns auf viel historischen Motorsport. Vielen Dank, dass du hier warst und dass ich dir hier gefühlt hast. Und ich hoffe, dass wir den historischen Motorsport noch lange so erleben werden und auch nächstes Jahr mal wieder uns in die Arme nehmen können. Und hoffentlich, das hoffe ich auch. Vielleicht wird es der eine oder andere jetzt sein, um seinen historischen Wagen dann nochmal mit dem Überrag-Eweg auszustatten und vielleicht wird er bei dir mit. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Vielen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gerne. Na Leute, ist es euch wie mir gegangen? Wie oft habt ihr während dieses Interviews an den Satz gedacht, man lebt doch nur einmal und eigentlich wollte ich auch immer nochmal einfach machen. Ich finde, gerade so ein Corona-Jahr zeigt einem, dass die Zeit endlich ist und wenn es nur die Anfänge vieler berühmter Rennfahrer sind und man am Wochenende im Slalom um irgendwelche Hütchen auf dem Supermarktparkplatz fährt oder Bergrennen oder Orientierungsfahrten oder mal einen Trackday mitmacht, es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, wichtig ist, es einfach mal auszuprobieren, denn Motorsport muss nicht immer Millionen verschlingen und vielleicht kapieren es die Hersteller ja auch eines Tages und kapitulieren nicht nur noch reinweise, wie es VW gerade wieder so meisterhaft vorgeführt hat. Michael Thier hat auch eine Webseite, wie er gerade eben schon gesagt hat, wo man sich die ganzen Rennserien ansehen kann, www.fhr-race.de Freut euch auf die nächste Woche. Da kommt übrigens ein Gast, um den ich lange gerungen habe und der lange Zeit in kein Mikro mehr gesprochen hat und auf den ihr euch ganz besonders freuen dürft. Mehr sage ich noch nicht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Oder . .